Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die schönsten Geschichten aus der Mörkelei von Hans Faller da. Möchtest du keines unserer Höhbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Geschichte vom Nuschelpeter Es war einmal ein kleiner Junge, der war gar nicht mehr so ganz klein, und hieß Peter. Aber im ganzen Dorf nannten sie ihn nur den Nuschelpeter, weil er niemals ordentlich und deutlich sprach, sondern er redete, als hätte er immer eine Riesenkartoffel im Mund. Und hundertmal konnten ihm sein Vater und seine Mutter sagen, Peter, sprich deutlich. Peter nuschelte immer weiter, und es war ihm ganz egal, ob die Leute ihn verstanden oder nicht. An einem Tage nun hatten alle Kinder schulfrei, weil ihr Lehrer krank war, und Peter wäre gern zum Spielen gegangen. Aber die Mutter sagte zu ihm, Peter, ich will heute Moosklöße machen, lauf schnell zum Kaufmann Möbius und hol ein Pfund Pflaummoos. Damit gab's ihm ein Henkeltopf und ein Fünfzig-Pfennig-Stück, und Peter ging los. Er lief aber gar nicht schnell, und als er zu dem Kreuzweg kam, wo rechts der Weg nach Drehwolke und links der Weg nach Goren abgeht, blieb er ganz stehen. Denn es kam ein Auto langsam dahergefahren, und am Steuer saß ein Mann mit einem roten Bart. Der fuhr noch langsamer, als er den Peter sah, und rief, »Junge, ich bin der Doktor und muss zu einer kranken Frau nach Goren. Da geht's doch hier lang!« Und der Mann zeigt auf den Weg nach Drehwolke. »Drehwolke,« rief der Nuschelpeter. Der Doktor aber verstand ihn wegen seines Nuschelns falsch und rief, »Das sage ich ja!«, gab Vollgas und haute ab auf dem Weg nach Drehwolke, obwohl er doch nach Goren wollte. »Das ist eine schöne Bescheidung,« dachte der Junge, »aber ich bin nicht daran schuld.« Damit guckte er dem Auto nach, bis auch der letzte Staub sich gelegt hatte. Dann ging er weiter zum Kaufmann Möbius. Als er fünfzig oder einundfünfzig Schritte gegangen war, begegnete ihm die Frau Gemeindevorsteher, die es eilig hatte. Im Vorbeigehen rief sie, »Peter, ich will zu deinem Vater. Ist er zu Haus?« Peter nuschelte, »Vater ist aus.« Aber die Frau Gemeindevorsteher verstand, »Vater ist zu Haus,« rief, »Schön, dann treffe ich ihn ja« und lief noch schneller. Nuschelpeter sah ihr nach, »Das ist eine schöne Beschwerung,« dachte er, »aber ich bin nicht daran schuld.« Damit ging er weiter und kam zu einer Scheune, die noch mit Stroh gedeckt war. Auf dem Dach der Scheune saß der Dachdecke und flickte die Löcher mit Stroh aus. Die lange Leiter aber lehnte am Dach. Peter guckte dem Dachdecker eine Weile bei seiner Arbeit zu und plötzlich sah, wie aus dem Hof der Bulle herauskam, der sich wohl losgerissen hatte und gerade auf die Leiter zulief. Da schrie Nuschelpeter, »Pass auf, der Bulle kommt« und versteckte sich hinter der Mauer. »Was«, rief der Dachdecker, »der Olle kommt, den wollte ich gerade sprechen«, und er stieg oben auf die Leiter, indes unten der Bulle dagegen stieß. Die Leiter fiel um, der Dachdecker fiel mit und sauste in großem Bogen in einen Lindenbaum, in dem er kläglich schreiend hängen blieb. Als Peter das sah, bekam er es mit der Angst und lief fort. Im Laufen aber dachte er, »Das ist eine schöne Bescherung, aber ich bin nicht daran schuld.« In dem wurde Peter hinter einer Hecke hervorangerufen, und als er hinter die Hecke sah, stand ein ganz alter Bettler, der sagte, »Junger, hast du nicht ein bisschen zu trinken für mich in deinem Topf?« Darauf nuschelte Peter, »In dem Topf ist bloß Luft«, rief der Bettler wütend, »Ich bin doch kein Schuft«, »Luft, Luft, Luft, bloße Luft«, rief Peter ängstlich, »Schuft, Schuft, Schuft, Hosenschuft«, schrie der Bettler wütend, »Warte, dafür hau ich dich, Junge!« Da musste Peter laufen, und der Bettler lief hinterher. Während sie aber liefen, schrie Peter wieder, »Ich habe bloß Luft gedacht«, schrie der Bettler, »Sollst aber nicht Schuft sagen«, und lief schneller. Fiel der Peter über einen Stein, schrie, »Aua!«, rief der Bettler, »Ja, Haue gibts!«, war der Topf kaputtgefallen. Der Peter schrie, der kranke Lehrer sah aus dem Schulfenster und rief, »Wollen Sie mal den Jungen nicht hauen?« Da lief der Bettler weg vor Angst. »Peter, komm mal her«, befahl der Lehrer. Peter kam heulend ans Fenster, hatte den Topfhenkel, aber ohne Topf in der Hand, und in der anderen seinen Fünfziger. »Hast du den Topf zerbrochen?«, fragte der Lehrer. »Für Pflaumenmus«, heulte Peter. »Was ist mit deinem Fuß?«, fragte der Lehrer. »Zeig mir den Fuß mal.« »Pflaumenmus«, heulte Peter lauter. »Ja, ja, nun zeig doch den Fuß«, sagte der Lehrer ärgerlich. »Pflaumenmus«, schrie der Peter ganz laut. »Wenn du jetzt deinen Fuß nicht sofort zeigst«, sprach der Lehrer ernst, »gibt's ein paar hinter die Ohren, Peter.« So musste Peter den Fuß zeigen, obgleich er gar nichts daran hatte. »Na, das sieht nicht so schlimm aus«, sagte der Lehrer und sah sich den Fuß an. Peter ging nämlich barfuß. »Geh langsam und achte auf den Weg, dann geht dir auch kein Topf kaputt.« »Jawohl, Herr Lehrer«, sagte Peter artig. Der Lehrer aber rief ärgerlich. »Du sollst nicht so nuscheln, Peter. Das klang eben gerade so, als hättest du zu mir alles Kohl gesagt.« Damit schlug der Lehrer das Fenster zu, und Peter ging weiter, dachte aber dabei, »der Topf ist kaputt, aber ich bin nicht daran schuld.« Endlich kam Peter doch zum Laden des Herrn Möbius, der aber nicht da war. Sondern seine alte Mutter, die schon ein wenig taub auf beiden Ohren war, saß im Ladenfenster, damit sie auch sehen konnte, wer auf der Dorfstraße vorüberging. Sie strickte einen Strumpf. Peter, der wusste, wie schlecht die alte Frau hörte, dachte, »Ja, muss ich es gut machen, sonst gibt es keine Moosklöße.« Und schrie so laut, er konnte, »Vor Tag, Frau Möbius, ich möchte für nen Fünfziger Pflaumenmoos.« Gott fuhr die Alte in die Höhe, sie hatte die Ladenklingel gar nicht gehört. »Was für nen Schuss? Wo fiel der Schuss?« rief sie zitternd. »Für Pfünftepenniger Pflaumenmoos«, schrie Nuschelpeter noch lauter. »Wie?« fragte die Alte Frau und hielt die Hand an die Ohren. »Blaumenmoos«, brüllte Peter und zeigte ihr das Geldstück. »Was will er bloß?« murmelte die Alte Frau. »Ich verstehe immer Frau mit nem Kuss.« »Blaumenmoos«, brüllte Peter und schrie so, dass die Scheibe klirrte und ihm der Hals wehtat. Die Alte Frau schüttelte verzagt den Kopf. »Jungchen«, sagte sie, »laut schreist du wohl, aber du hast so ne nuschelige Aussprache. Weißt du was? Geh hinter den Ladentisch und such dir selber aus, was du haben willst. Ich will schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird.« Damit nahm sie ihm die fünfzig Pfennig aus der Hand und machte ihm die Klappe in dem Ladentisch auf, das er durchschlüpfen konnte. Da stand Peter nun wie ein kleiner Kaufmann, und was er sich manchmal im Einschlafen gewünscht hatte, nämlich einen richtig großen Laden mit allem drin, was er gerne mochte, das hatte er nun. Da waren viele, viele Schubladen mit kleinen Schildern daran, und so viel konnte er schon lesen, dass er verstand, was in den Schubladen war. Wo Salz und Mehl dran stand, da sah er gleich wieder weg, aber wo Zucker und Mandeln und Rosinen und Erdnüsse dran stand, da sah er immer länger hin, und sein Herz fing immer schneller zu klopfen an. Unter den Schubladen aber standen auf der Erde noch Steintöpfe und Tönnchen, auf denen war zu lesen, saure Gurken, Schmalz, Sirup, Marmelade und Pflaummus. Schnell sah Peter wieder weg, und richtig, da stand das, was er schon lange gesucht hatte, zwei schöne, blanke Gläser voller Bonbons. Der Peter hatte noch immer den Henkel vom Steintopf in der Hand und hielt ihn auch weiter fest, aber dabei starrte er auf die beiden Gläser mit Bonbons, dass ihm die Augen übergingen, und er dachte, Ach nee, wie schön wäre es doch, wenn ich statt des ollen Pflaummuses für ganze fünfzig Pfennig Bonbons kaufen könnte. Da würde ich doch einmal richtig satt mich an ihn essen, und brauchte zum Mittag gar keine Muskelöse. Gerade als der Peter so schlimme Gedanken bei sich hatte, sagte die alte Frau Möbius ungeduldig, Na, Jungchen, hast du denn noch immer nicht gefunden, was du holen willst? Da sagte Peter laut, Blaumenmus! Mit dem Finger aber zeigte er auf die beiden Bonbons-Gläser, und bei sich dachte er, so hab ich doch nicht gelogen. Ich habe Pflaummus verlangt, und wenn mir die Frau Möbius dann Bonbons gibt, bin ich nicht daran schuld. Die alte Frau aber sagte, Ach, Bonbons, willst du? Das klingt ja so komisch bei dir. Ich glaube, du bist ein rechter Nuschel, Peter. Und damit tat sie in die eine Tüte Eisbonbons und in die andere Tüte saure Drops, gab die Tüten dem Jungen und sprach, Auf Wiedersehen, Jungchen, verdirb dir bloß den Magen nicht. Peter aber steckte die eine Tüte in die eine Tasche, die andere Tüte in die andere Tasche, sagte laut, Auf Wiedersehen, und ging los. Ganz wohl war ihm schon jetzt nicht, und was die Mutter sagen würde, konnte er sich schon denken, und was der Vater tun würde, fühlte er beinahe schon auf seinem verlängerten Rücken. Aber ganz trotzig dachte er, ich habe ja nicht gelogen, und wenn sie mir das Pflaummus Bonbons gibt, ich bin nicht schuld daran. Darüber war es sich aber gleich klar. Die Bonbons würde er alle aufessen müssen, ehe er nach Hause kam. Sonst würde seine Mutter sie ihm fortnehmen, und er bekäme dann jeden Tag höchstens ein oder zwei. Er ging also ganz schnell die Dorfstraße entlang, und als er am Schulhaus vorbeikam, lief er so rasch er konnte, damit ihn bloß der Lehrer nicht ansprach. Dann aber kam der schöne, ruhige Weg am Kirchhof entlang, und schwupp war Peter mit einem Satz über die niedrige Kirchhofsmauer und drückte sich in die Büsche, die dort reichlich wuchsen. Auf einen uralten Grabstein setzte er sich, zog aus der einen Tasche die Drops, aus der anderen die Eisbonbons, steckte dafür den Topfhenkel ein, und fing an, sehr zufrieden die Bonbons einzeln in langen Reihen auf den Grabstein zu legen, denn er wollte sie erst einmal zählen. Gerade hatte er bis 156 gezählt und freute sich, dass er so unglaublich viele Bonbons essen konnte, da raschelte es in den Büschen. Angstvoll fuhr Peter hoch, denn ein schlechtes Gewissen hatte er doch trotz aller Freude. Aus den Büschen kam aber nur Alfred Tode, der größte und stärkste Junge in der Schule. »Du hast aber mächtig viel Bonbons, Peter«, sagte der starke Alfred. »Du sind aber gar nicht meine«, antwortete Peter voller Angst, denn er fürchtete, der Alfred würde sie ihm wegnehmen. »Oller Nuschel, Peter, dass es keine Steine sind, sehe ich auch. Ach«, lachte Alfred, »lass mich mal probieren.« »Nein, nein«, schrie Peter, »ich gebe keine ab. Ich kriege schon zu Hause fürchterliche Prügel dafür, da will ich sie auch alle alleine aufessen.« »Das glaube ich nicht, die sind zu fein zu essen«, lachte der starke Alfred, schob eine ganze Handvoll Bonbons zusammen und steckte sie auf einmal in den Mund. »Schmeckt großartig, Peter, willst du auch einen?« Und er hielt ihm einen einzigen hin. »Das aber war zu viel für Peter.« Brüllend rief er, »Hilfe, Hilfe, Diebe!« »Wer schreit denn hier so jämmerlich um Hilfe?« klang's vom Kirchhof her. Der starke Alfred kriegte einen Schreck, Peter hörte mit Brüllen auf und durch die Zweige sah er ein Gesicht. Es war der Dachdecker, der vorhin von der Leiter geflogen war. Kaum aber hatte er Peter erkannt, da schrie er, »Du bist doch der infame Bengel, der mich auf die Leiter gerufen hat, gerade als der Bulle kam! Warte, jetzt verhau ich dich!« Damit stürzte er sich auf Peter. Peter aber musste losrennen und weglaufen, immer von seinen schönen Bonbons fort, die der starke Alfred alle miteinander aufraß. Der Dachdecker, der von seinem Fall noch ein bisschen lahm war, rannte so schnell er konnte hinter Peter her und schrie dabei, »Warte, Bengel, nimm deine Haue mit!« »Warte doch, ich hab die Haue schon hier!« Dieses Geschrei hörte der Bettler, sah den Peter laufen, erkannte in ihm den, der ihn »Schuft« genannt haben sollte, lief auch hinterher und sammelte dabei fix Steine auf, die er beim Laufen dem Peter in den Rücken warf, dass er immer lauter schrie und stets schneller lief. Der Weg vom Kirchhof geht bergab. Peter sauste so schnell wie eine Kanonenkugel. Unten kommt die Frau Gemeindevorsteher um eine Hausecke, Peter kann nicht mehr bremsen und sauste an den Bauch. Die gute, ein bisschen dicke Frau fällt auf den Rücken und streckt die Beine in die Höhe und Peter fällt über sie. Gerne möchte er sich auf dieser weichen Unterlage ein bisschen ausruhen, doch schon nah an Bettler und Dachdecker. Er muss weiter rennen und jetzt läuft als Dritte auch die Frau Gemeindevorsteher hinter ihm. Peters Zunge hängt ihm schon bis ans Kinn, er kann keine Luft mehr kriegen. Aber schon sieht er seiner Mutter Haus. Mutter, Mutter, denkt er. Da kommt in einer Staubwolke das Automobil mit dem Doktor angefahren. Ja, du elender Bengel, schickst mich nach Drehwolke, wenn ich nach Goren will. Warte, dich kriege ich. Nun muss Peter gar noch schneller laufen als das Automobil. Es war nur gut, dass das Haus schon nahe war, sonst hätten sie ihn doch noch gekriegt. In der Haustür steht Peters Mutter. Auf sie stürzt der Peter zu und ruft, Mutter, hilf mir, die wollen mich alle verhauen. Ja, ich will dir helfen, ruft die Mutter zornig. Lässt mich zwei Stunden auf das Pflaumenmus warten. Batsch! Hatte er eine Ohrfeige weg. Wo ist das Moos? Pott kaputt, schreit Peter und zieht den Henkel aus der Tasche. Mein schöner Steinpott kaputt, ruft die Mutter und bumm, erntet Peter eine Kopfnuss. Für fünfzig Pfennige kein Pflaumenmus. Zuck, klebt sie meine Knallschote. Recht so, schreit der Doktor. Mich hat er nach Drehwolke statt nach Goren geschickt. Darf ich auch mal? Immerzu, sagt die Mutter, sicher hat er wieder genuschelt. Egal, sagt der Doktor. Da hast du von mir einen Backenstreich. Mich hat er Schuft genannt, schreit der Bettler. Mich von der Leiter geschmissen, schimpft der Dachdecker. Mich hat er angelogen, sein Vater sei zu Haus und dann hat er mich noch vor den Bauch gebufft, ruft die Frau Gemeindevorsteher. Peter, sagt der Vater, der eben aus dem Dorfe nach Haus kommt. Frau Kaufmann Möbius hat mir eben erzählt, du hast für fünfzig Pfennige Bonbons gekauft. Wo hast du denn das Geld her? Ach, da hätte der Peter am liebsten ein Mäuslein sein mögen und ein Löchlein haben in der Erde, um sich zu verkriechen. Aber daraus wurde nichts, sondern der Vater nahm den Sohn am Arm, ging mit ihm abseits und was es da gab, ja, das kann man sich wohl denken. An diesem Tage konnte der Peter auf seinem Po weder sitzen noch liegen und im Bett musste er auch auf dem Bauch schlafen. Das Ende von seinem Rücken tat ihm weh. Und doch war trotz aller schlechten Erfahrungen und aller Prügel der Nuschelpeter noch immer nicht ganz vom Nuscheln und Lügen geheilt. Denn am nächsten Tage ging in der großen Pause zum starken Alfred Tode und sagte ganz frech, gib mir meine Bonbons wieder. Da sah ihn der starke Alfred mit ganz schrecklichen Augen an und fragte, wie viele Bonbons waren es denn? 156, sagte Nuschelpeter und dachte, er kriegte Bonbons. Weißt du was, schrie der starke Alfred, ich habe alle deine 156 Bonbons aufgefuttert und davon ist mir so schlecht geworden, dass ich die ganze Nacht habe laufen müssen. Darum will ich dir jetzt für jeden von diesen elenden Bonbons eine Ohrfeige geben. Und Batsch ging es los. Eins, zwei, drei, vier, ich möge eine mehr, schrie kläglich der Nuschelpeter. Prima, noch eine feine mehr, verstand der starke Alfred. Fünf, sechs, sieben, acht. Da sagte der Nuschelpeter ganz laut und klar, bitte keine mehr. Und da verstand ihn der starke Alfred und ließ ihn laufen. Und von diesem Tage an hat der Nuschelpeter nicht mehr genuschelt. Die Geschichte vom goldenen Thaler Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Anna Barbara und hatte weder Vater noch Mutter. Die waren beide schon lange tot. Sondern sie wuchs bei einer steinalten Großmutter auf, die war für lauter Alter schon ganz wunderlich. Und immer, wenn Anna Barbara der Großmutter etwas erzählte oder sie um etwas bat oder ihr etwas klagte, dann sagte die alte Frau nur, Ja, Kind, wenn wir bloß den goldenen Thaler hätten, da wäre alles gleich in Ordnung. Aber wir haben ihn nicht und bringen tot uns auch keiner den goldenen Thaler. So müssen wir es ihm tragen, wie es ist. Und ganz gleich, was die Anna Barbara auch vorbrachte, Großmutter, ich habe mir ein Loch ins Knie gefallen oder Großmutter, der Lehrer hat gesagt, ich hätte gut gelesen oder Großmutter, die Katze ist am Sahnetopf. Die alte Frau antwortete immer nur, Ja, Kind, wenn wir bloß den goldenen Thaler hätten. Wenn Anna Barbara aber die Großmutter drängte und fragte, was denn das für ein goldenen Thaler sei und ob man ihn denn gar nicht kriegen könne, schüttelte die alte Frau geheimnisvoll mit dem Kopf und sagte, Ja, Kind, wenn wir ihn so einfach kriegen könnten, so hätten wir ihn schon. Ich bin all mein Lebtage nach ihm gelaufen und habe ihn nicht einmal zu sehen gekriegt, und deiner Mutter ist es auch nicht anders ergangen. Möglich, dass es mit dir anders ist, denn du bist in einer Weihnacht geboren und ein Glückskind. Mehr bekam die Anna Barbara nicht zu erfahren von dem goldenen Thaler, bis sich in einer kalten Winternacht die Großmutter in ihr Bett legte und starb. Ehe sie aber tot war, setzte sie sich noch einmal auf, sah Anna Barbara scharf an und sprach, Wenn ich jetzt tot bin, Anna Barbara, lässt du mich auf dem Friedhof begraben, geradezu häupten deine Eltern, auf keinem anderen Fleck. Das versprach Anna Barbara. Und wenn du mich begraben hast, so bleibst du nicht hier in unserer Hütte, sondern du schließt sie zu und gehst hinaus in die Welt. Und du bleibst an keinem Fleck, die Leute hätten denn dort den goldenen Thaler. Um den dienst du so lange, bis du ihn bekommst, und wenn es zehn, wenn es zwanzig Jahre dauert. Du wirst doch nicht eher glücklich, bis du ihn hast. Versprichst du mir das? Das versprach die Anna Barbara, und als sie das getan hatte, legte sich die Großmutter zufrieden ins Bett zurück und starb. Nun halfen der Anna Barbara die Leute aus dem Dorf, die Großmutter zu begraben, und sie bekam genau den Platz, den sie sich gewünscht hatte, zu Häupten ihrer Kinder. Als aber das Begräbnis vorüber war und die Leute alle nach Hause gegangen waren, stand Anna Barbara allein unter der Kirchhofstür, ein Bündelchen mit ihren Sachen in der Hand, und sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Nach Hause durfte sie nicht wieder, das hatte sie der toten Großmutter versprochen. In die weite Welt aber zu gehen, davor fürchtete sie sich. Zudem war es ein eiskalter Wintertag, der Schnee lag hoch, und Anna Barbara fräu jetzt schon wie ein magerer Schneider. Als sie aber so stand und nicht wusste, was sie tun sollte, sah sie ein Schlitten gefahren kommen, mit einem Schimmel davor und einem langen, gelbhäutigen Manne darauf. Die beiden sahen so seltsam aus, dass Anna Barbara trotz all ihrer Furcht und ihrem Kummer fast das Lachen ankam. Denn der Schlitten war nichts als eine alte, große Futterkiste, die man auf Kufen gesetzt hatte, und der lange, gelbe Mann darin war so mager, dass Anna Barbara meinte, sie höre beim Rumpeln des Schlittens seine Knochen klappern. Sein Gesicht aber war ganz ohne Fleisch und so hohl, dass ihm der Winterwind durch die Backen blies. War der Mann aber schon mager, so war das doch noch gar nichts gegen den Schimmel. Der sah so verhungert aus, dass er bei jedem Schritt hin und her wankte und fast umfiel, und der Kopf hing ihm vor Entkräftung so tief zwischen den Beinen, dass das Maul beinahe den Schnee auf der Straße streifte. Als der Schlitten nun gerade vor der Kirchhofstür war, blieb der Schimmel stehen, als könne er nicht weiter, und so blieb der Schlitten auch stehen. Der Schimmel aber drehte die Augen sehr kläglich nach der Anna Barbara, dass fast nur das Weiße zu sehen war. Der Mann aber drehte seine Augen auch nach dem Mädchen, in denen aber war das Weiße gelb vor lauter Galle. Nachdem der dünne Mann Anna Barbara eine Weile betrachtet hatte, fragte er mit quäxiger Stimme, »Was bist du denn für ein Mädchen, dass du da unter der Kirchhofstür stehst und frierst wie ein Scheitholz im Winterwalde? Mir täte meine teure Leibeswärme viel zu leid, als dass ich sie so für nichts vom Ostwind wegblasen ließe.« Da erzählte Anna Barbara dem Mann, dass sie ein Waisenkind sei und eben die letzte Anverwandte, die Großmutter begraben habe. Jetzt wolle sie nun in die Welt hinaus und sich einen Dienst suchen, wo sie den goldenen Taler gewinnen könne. »So, so«, sagte der dürre Mann und rieb sich nachdenklich seine dünne Nase mit dem Knochenfinger. »Bist du denn wohl auch fleißig und ehrlich und sparsam, früh auf und spät ins Bett und vor allem genügsam im Essen?« Anna Barbara sagte, dass alles sei sie. Da sagte der dürre Mann, »So steig auf den Schlitten, du triffst es gerade gut, ich suche eine kleine Magd, die mich und mein Schimmel unverzagt versorgt.« Anna Barbara aber zögerte und fragte, wie er denn heiße und wo er wohne und ob sie bestimmt auch den goldenen Taler für ihre Dienste bei ihm bekommen könne. Da antwortete der Mann, »Ich heiße Hans Geitz und wohne in der großen Ortschaft überall. Und was den goldenen Taler angeht, so sollst du den bestimmt von mir bekommen, wenn du mir drei Jahre treu dienst.« Dazu lachte der Mann ganz freundlich, es klang aber, als ob ein Ziegenbock meckerte, und der Schimmel verdrehte die Augen so fürchterlich und wackelte so sehr mit seinem ganzen haarlosen Schwänzchen, dass es Anna Barbara beinahe mit der Angst bekommen hätte. Sie bedachte sich aber noch zur rechten Zeit, wohin sie denn sonst gehen sollte, und dass sie großes Glück habe, gleich auf der ersten Stelle den goldenen Taler zu treffen, den Mutter und Großmutter ihrer Lebtage vergeblich gesucht hatten. Sie warf also ihr Bündelchen in den Schlitten und sprang schnell hinterher. Da fuhr Hans Geitz sie böse an und schallt, »Du fängst ja schön an, mein gutes Schlittenholz so abzuschurren. Setze dich fein sachte hin. Holz ist eine teure Sache.« Und als sie traurig auf den Kirchhof zurücksah und in Gedanken an die tote Großmutter verhastiger atmete, mahnte er sie schon wieder. »Atme fein sachte und vorsichtig, dass du die Lunge nicht so sehr abnützest. Du hast nur eine, und ist sie hin, gibt es keine andere.« Danach aber rührte er mit der Peitschenschmitze den Schimmel an, und unendlich langsam hobte er ein Bein nach dem anderen. Und unendlich langsam, kaum schneller als eine Schnecke, fuhren sie zum Dorf hinaus. Zuerst sah Anna Barbara den Friedhof entschwinden. Dann fuhren sie an der Schmiede vorbei, nun am Haus des Bäckers, vor dessen Tür die Brennholzschwarten bergehoch gestapelt lagen, und nun waren sie zum Dorf hinaus. Leise fing es an zu schneien. Zuerst tanzten nur einzelne Flocken vom Himmel herab, aber rasch wurden es mehr und mehr, und schließlich fielen sie so dicht, dass sie das ganze Land verhüllten. Nicht Baum noch Haus, nicht Weg noch Steg sah Anna Barbara mehr, und sie überlegte sich immer wieder, wie man bei solchem Schneetreiben den Weg denn finden könne. Fragte sie aber ihren neuen Dienstherrn, wo denn die große Ortschaft überall liege, so antwortete er nur »Überall!« Und der alte, verhungerte Schimmel lief immer rascher. Die Kufen flogen nur so über den knirschenden Schnee, und manchmal war es der Anna Barbara, als führen sie gar nicht mehr auf der Erde, sondern direkt durch die tanzenden Flocken in der Luft. Und vom Schimmel sah sie kaum mehr als einen flüchtigen Schatten. Da wollte ihr fast Angst werden. Sie sah über den Schlittenrand und meinte, in einen bergtiefen, abgrundvoll tanzender Flocken zu schauen. Aber dann sah sie wieder ihren Begleiter an und bekam neuen Mut. Denn Hans Geiz hielt ganz ruhig die Zügel, sagte nur manchmal »Hü« oder »Hott« und tat, als sei solch sausende Schlittenfahrt nichts Sonderliches. Schließlich aber war es der Anna Barbara, als senke sich der Schlitten immer tiefer. Schon meinte sie, durch das Schneegestöber die Umrisse uralter Tannen zu sehen. Da hielt mit einem Ruck der Schimmel und sofort ließ er wieder den Kopf zwischen den Beinen hängen, als wolle er vor lauter Hunger umfallen. »Da sind wir also wieder zu Haus«, sagte Hans Geiz, aber so viel Anna Barbara auch durch das Schneetreiben späte, sie vermochte kein Haus zu sehen. Da war nur etwas in dem Schnee, das sah wie ein Haufen altes, verfaultes Stroh aus. »Wo ist denn das Haus?« fragte Anna Barbara neugierig. Aber Hans Geiz zeigte nur mit einem »Da« auf das alte Stroh und befahl, »Nun hilf mir erst einmal den Schimmel unverzagt ausspannen, dann wollen wir ins Haus gehen und schön zu Abend essen.« So knüpften und schnallten denn die beiden mit ihren froststarren Händen so lange an dem Schimmel herum, bis er ohne Geschirr da stand. Wieder sah sich Anna Barbara um, wo denn der Stall für den Schimmel wäre. Aber Hans Geiz sagte bloß, »Leg dich unverzagt« und sofort legte sich der Schimmel in den tiefen Schnee, durch seine Grube entstand. »So, und nun schieb den Schnee über ihn«, befahl Hans Geiz. Das alte Tier rollte die Augen wie Bälle und fletschte dazu seine langen, gelben Zähne, aber es half ihm nichts. Er wurde ganz mit Schnee zugedeckt. »Ja, der Winter ist doch die beste Jahreszeit«, lachte Hans Geiz. Spatfutter und Stall. Da liegt er nun, der unverzagt, der Frost hält ihn frisch, dass er mir nicht verdirbt, und brauche ich ihn wieder, gieße ich ihm nur ein wenig warmes Wasser auf die Nase, gleich fängt er wieder an zu atmen. Ja, ja, sparen möchte jeder, man muss es aber auch verstehen. Von mir kannst du viel lernen, Anna Barbara. Dem Mädchen tat der Schimmel in der Seele leid, dass er da so im kalten Schnee ohne ein bisschen Futter liegen musste. Aber sie wagte nichts zu sagen, sondern ging still ihrem Herrn nach, der auf den alten Strohhaufen geklettert war, und nun an einem großen, dunklen Loch stand, das in die Erde ging. »Ja, ja«, sagte Hans Geiz händereibend zu Anna Barbara, »das ist zugleich Schornstein und Tür und Fenster von meinem Haus. Die Menschen sind doch dumm, dass sie sich mit teurem Gelde Häuser aus Stein über der Erde bauen, wo sie doch so einfach mit wenig Kosten in die Erde hinein können. Nun also fahre mir nach, aber warte, bis ich dich rufe, sonst springst du mir wohl gerade auf den Kopf. Damit streckte Hans Geiz seine langen, dürren unten. Anna Barbara hörte nur noch ein dumpfes, immer leiser werdendes Poltern aus der Tiefe. Es grauste sie sehr, und am liebsten wäre sie fortgelaufen, gleich in der ersten Stunde aus diesem, ihrem ersten Dienst. Aber wohin sollte sie bei solchem Schneegestöber? Sie wäre ja doch nur erfroren am Wege umgesunken. So ließ sie sich denn auch, als ein schwacher Ruf aus der Tiefe tönte, wie sie's gesehen mit den Beinen zuerst hinab. Sausend fuhr sie hinein in den dunklen Erdenschlund, mit geschlossenen Augen fiel sie tiefer und tiefer. Das dauerte endlos lange, aber schließlich landete Anna Barbara doch ganz sanft auf etwas Weichem, das ihr wie Heu vorkam. Es war auch Heu, sah sie, als sie die Augen aufschlug. Nun komm schon, sagte Hans Geiz recht verdrießlich, Du hast mich viel zu lange rufen lassen. Von nun an kommst du immer gleich, wenn ich dich rufe. Damit nahm er Anna Barbara bei der Hand und zog sie aus dem dämmerigen Raum, wo sie im Heu gesessen, durch einen Vorhang in einen riesengroßen, hell erleuchteten Saal. Da bekam Anna Barbara wiederum einen großen Schreck, denn als sie in den Saal traten, saßen rechts und links vom Eingang zwei große, struppige Hunde mit glühenden Augen. Die waren größer als Kälber und fuhren mit ihren dicken, eisernen Ketten klirrend, zähnefletschend auf Anna Barbara zu. Ach, wollt ihr kuschen, ihr hellen Hunde, rief Hans Geiz die Tiere an, die sofort zurückgingen, aber mit bösem Knurren. Das ist die Anna Barbara, die bleibt jetzt hier und der dürft ihr nichts tun, außer sie will ohne meine Erlaubnis aus der Halle. Die Hunde funkelten Anna Barbara an und leckten ihre roten Mäuler mit ihren roten Zungen. Zu Anna Barbara besprach Hans Geiz, das sind zwei rechte Hunde aus der Hölle heißen Neid und Gier. Mein Vater, der Teufel hat sie mir geschenkt. Nimmermüde passen sie auf, dass niemand mir mein armes bisschen Haar bestiehlt und außerdem sind sie mir noch zu manchem anderen Geschäfte gut. Ihr Hunde, sprach er und rieb sich fresselnd die Hände, seid doch wieder faul gewesen, kalt ist es in meiner Halle, Wollt ihr wohl gleich heizen? Da setzten sich die Hunde Neid und Gier auf ihre Hinterteile, rissen die riesigen Mäuler weit auf und sofort schlugen große Flammen daraus, denn die Hunde konnten, wenn sie es wollten, blankes Feuer atmen. So, sprach Hans Geiz und rieb sich zufrieden die knochigen Hände, dass sie knackten. Nun werden wir es gleich warm haben. Man sollte es gar nicht glauben, wie solch Höllenhund Neid oder gar Gier einem einheizen kann. Aber es ist so. Komm, jetzt wollen wir etwas essen. Damit ging Geiz tiefer in die Halle, die von einem sanften grünen Licht erfüllt war. Zuerst konnte Anna Barbara nicht erkennen, woher das Licht kam, aber dann merkte sie, dass es von vielen hunderttausend Glühwürmchen ausströmte, die unter der Decke saßen und leuchteten. Du siehst ja meine Beleuchtung an, sprach Hans Geiz zufrieden. Ja, das ist auch eine praktische Sache. Bei mir wirst du dir die Hände nicht schmutzig machen müssen mit Lampen füllen und putzen. Es sind aber auch alles bewährte alte Glühwürmchen hier, die mit ihren Irrlichtereien schon einen Menschen vom Wege ab und in den Sumpf geführt haben. Der Anna Barbara wurde es immer angstvoller zumute. Sie dachte bei sich, dieser Hans Geiz ist ja ein ganz schlechter Kerl, der kann doch unmöglich den schönen goldenen Taler in Verwahrung haben, nachdem Großmutter und Mutter ihr Lebtag gesucht haben. Ach, ich wollte, ich hätte diesen Dienst nie angenommen, hier in dieser Erdhöhle, in die nie die Sonne scheint und in der kein Blümchen wächst und kein Vogel singt, halte ich es doch nie drei Jahre aus. Und voller Schrecken sah sie auf das alte, verschimmelte, zerfallende Gerümpel, das da an den Wänden der Halle lag. Das war aber wirklich ein seltsamer Raum, durch den die kleine Anna Barbara da mit ihrem Führer ging. Unendlich lang schien die Halle zu sein, und soweit sie schon gegangen waren, es war doch immer noch kein Ende abzusehen, und der Eingang, von dem sie herkamen, war schon so weit entfernt, dass die beiden Höllenhunde, die doch groß waren wie Kälber, jetzt so klein aussahen wie Kätzchen. An den Wänden dieser Halle aber lag zu Bergen aufgehäuft alles alte Zeug, das man sich nur denken kann. Berge zerrissener Schuhe, Türme aus alten Matratzen, denen die Wolle aus dem Bezug hing, Pyramiden von alten Flaschen und so tausenderlei Zeugs mehr, vor allem aber Papier über Papier. Ja, ja, da staunst du, Anna-Barbara, kicherte der Hans-Geiz. Das bringe ich alles von meinen Fahrten übers Land mit, ich bin kein ganz armer Mann mehr, schöne Sachen sind das. Er grinste und fletschte dabei seine langen gelben Zähne, dass die Anna-Barbara schon wieder ein Grausen ankam. Die Leute denken, sie brauchen die Sachen nicht mehr, tun sie weg und vergessen sie. Aber ich bewahre alles auf, denn nichts wird vergessen auf dieser Welt. Das sind Stiefel, mit denen sie einander getreten, Matratzen, auf denen sie faul gewesen sind, Flaschen, aus denen sie einander Prostgesundheit zugetrunken haben und im Stehen sich doch alles Schlechte wünschten. Und dies ist alles Papier von der Welt, auf dem sie einander bewiesen haben, das weiß-schwarz und recht unrecht ist. Immer stiller wurde die Anna-Barbara. Traurig ging sie weiter. Es war der erste Abend im neuen Dienst und doch war ihr am liebsten gewesen, es wäre schon der letzte. Sie meinte ihr Herz müsse brechen in den drei Jahren, die vor ihr lagen. So, nun wollen wir etwas Schönes essen, sprach der Hans Geiz und fing an, in seinen Taschen herumzusuchen. Warte, ich habe uns etwas Gutes mitgebracht. Sie waren in eine kleine Nische an der Hallenwand gekommen, wie ein Stübchen, dessen Wände freilich nur aus schweren, reichenden Türen bestanden, mit dicken, eisernen Beschlägen und schweren, stählernen Riegeln und großmächtigen Vorlegeschlössern. Anna Barbara wunderte sich, was wohl hier hinter diesen drei Türen stecken möge, aber, dachte sie, das werde ich in den drei Jahren schon noch alles erfahren. Unterdessen hatte Hans Geiz alles aus seinen Taschen gezogen, was sie zu einem guten Abendessen gebrauchte, nämlich ein Kantenbrot, der war schimmlig, eine Speckschwarte, die hatte in der Asche gelegen und einen Apfel, dessen eine Hälfte faul war. Ach, ein feines Essen, ein lecker und schlecker Essen, rühmte Hans Geiz, da müssen wir vorsichtig essen, sonst verderben wir uns den Magen. Damit fing er an, den Kanten mit seinem Messer in Stöcke zu zerteilen. Anna Barbara aber, die daran dachte, dass sie noch ein Töpfchen reine Butter und ein Leib selbst gebackenes Brot in ihrem Bündel hatte, sagte hastig, sie habe heute Abend keinen Hunger. Ach, wie du willst, sagte Hans Geiz recht gleichmütig und schob alles bis auf ein Stücklein Schwarte und ein Ecklein Brot wieder in die Tasche. Aber denke daran, dass morgen nicht so fett gegessen wird wie heute. Und er strich sachte mit der Speckschwarte über das trockene Brot. Ach, wie schmeckt das kräftig und gut, rief er dann. Die Menschen sind ja dumm, sie meinen, der Speck sei zum Essen da, zum Einreiben ist er, macht dann schon das Essen so stark, dass man es kaum vertragen kann. Ich reiche mit einem solchen Stück Speck fast ein Jahr. Damit steckte er die Schwarte in die Tasche, bis noch ein Krümelchen vom Brot, kaute es lange und sprach, gut gekaut, ist halb verdaut, wie bin ich gut satt und hatte so viel gegessen, dass sein Spatz danach noch hätte Hunger haben müssen. Er aber stand auf und sprach, nun will ich dir zeigen, wo du schlafen kannst, morgen fängt dann die Arbeit an. Er führte Anna Barbara in einen ganz kleinen Winkel an der Nische, von ferner hat es ausgesehen, als sei es nur eine ganz schmale Fuge zwischen zwei Steinen. Wie sie aber näher kam, wurde die Fuge weiter und weiter und ein richtiger Raum. Staubig und rumpelig saß freilich darin aus, die Spinnen hatten ihre Netze kreuz und quer gespannt und welke Blätter lagen auf der Erde. Naja, sprach Hansgeiz grämlich, hier hängen ja auch Hängematten genug für zwanzig Mädchen wie dich und auch Decken liegen da, so viele du nur brauchst. Und im gleichen Augenblick sah Anna Barbara, dass das, was sie für Spinnennetze gehalten hatte, Hängematte waren und dass die welken Blätter auf der Erde braune Decken waren. Schlaf schnell ein, Anna Barbara, mahnte Hansgeiz, dass du morgen frisch zur Arbeit bist und rabantere mir nicht so in der Hängematte. Gute Sachen müssen auch gut behandelt werden. Damit ging er hinaus und Anna Barbara machte, dass sie schnell in ihre Hängematte kam. So müde war sie. Sie schlief auch sofort ein und im Traum war es ihr, als säße die tote Großmutter neben ihr und spräche »Ja, du bist auf dem rechten Wege, Kind, dir wird es mit dem goldenen Taler wohl nicht viel gehen.« Und Anna Barbara wollte mit dem Kopf schütteln und sagen, dass ihr diese Stelle gar nicht gefalle. Davon aber kam die Hängematte ins Schwingen, sie schwang immer schneller und höher. Ich werde noch fallen, dachte Anna Barbara im Traum, und da fiel sie auch schon wirklich. Moist hat tüchtig weh, sie schlug die Augen auf und vor ihr stand Hans Geiz. Sie lag aber auf der Erde und die schnur ihre Hängematte war durchgerissen. Hast du also doch erbantert, sprach Hans Geiz, bisher bist du noch nicht viel nützer gewesen. Na komm, es ist schon droben morgen, nun will ich dir deine Arbeit zeigen. Damit ging er ihr voran in die Nische mit den drei eisenbeschlagenen Türen. Eine von ihnen schloss er auf, und sie kam in einen Keller, an dessen Wänden Dutzende von Fässern standen. In der Mitte des Kellers aber stand ein Tischlein mit einem Schemelchen. Auf dem Tischlein lag ein Tüchlein, ein Brötlein, stand ein Tässchen und ein Fläschchen, und in der Ecke war ein Lager aus Stroh mit Decken. Sie sprach Franzgeiz, in diesen Fässern habe ich viel Kupfergeld, aber es ist mir vom langen Liegen schmutzig geworden und voller Grünspan. So sollst du es mir wieder blank putzen. Mit dem Tüchlein sollst du wischen und in dem Fläschlein ist ein Wasser, das nimmt den Schmutz fort. Musst du aber einmal weinen, so tu es ruhig ins Fläschlein, davon bekommt das Putzwasser besonders reinigende Gewalt. Das Brütlein ist für dich da zum Essen und in dem Tässchen ist ein wenig Milch für dich. Sie werden nie alle. Aber hüte dich sie ganz zu verzehren, dann wächst nichts Neues nach und du musst verhungern. Nun spute dich und gern die Arbeit Mädchen. Wenn du all diese Kupferlinge blank geputzt hast, dass nicht ein Flicken mir auf ihnen ist, so soll dein erstes Dienst Jahr um sein und du sollst ein Drittel von dem goldenen Taler verdient haben. Ob dieser harten Worte fing Anna Barbara bitterlich an zu weinen und sie rief klagend ach ihr hattet mir doch versprochen ich sollte für euch und den Schimmel unverzagt sorgen dürfen und nun soll ich hier ein ganzes Jahr in diesem traurigen Gewölbe hocken müssen ohne Sonne und ein grünes Blättchen und ohne eine freundliche Menschenstimme und euer schmutziges Kupfergeld putzen nein das will ich nicht und das tue ich auch nicht weinend blieb das arme Mädchen zurück viele Male rief sie nach dem harten Hans Geiz und bat ihn sie zu erlösen er aber ließ nichts von sich hören da sah Anna putzen um möglichst schnell wieder hinauszukommen so holte sie sich eine kleine schürze kupferpfenniger an den tisch tauchte das tuch ins putzwasser und fing an zu reiben wie lange Zeit dauerte es aber bis sie nur einen kupferling blank hatte da wollte sie fast verzagen wenn sie daran dachte wie viele kupferpfenniger auf dem tische lagen und wie viele tausende erst in einer Tonne und aber sie dachte bei sich viel klagen putzt nicht und putzte emsig weiter bis sie Hunger bekam sie nahm Brot und Tesslein und fing an zu essen und zu trinken aber wie sie im besten schmausen war und gerade merkte dass Brot knapp war dass es kaum ihren Hunger stellte sprach eine feine Stimme gib mir auch zu essen und zu trinken sie sah auf den sie sah ringsum im Keller aber sie fand nichts das zu ihr hätte sprechen können so dachte sie die Ohren hätten ihr nur geklungen und sie ass weiter aber kaum hatte sie wieder ein bisschen getan so kam die Stimme von Neuem ist mir nicht alles weg trinkt nicht alles aus ich habe auch Hunger und Durst diesmal sah Anna Barbara gar nicht erst lange umher sondern sie fragte wo steckst du denn ich sehe dich nicht in der Flasche sprach die piepsige kleine Stimme ich halte dir doch dein Putzwasser sauber da sah sich Anna Barbara die Flasche an und als sie genau hinschaute sah sie darin ein winzig kleines Männchen nicht größer als der Nagel an ihrem Daumen und das saß in dem Wasser hast du mich denn nun gesehen fragte das Männlein nun hilf mir heraus dass ich in der guten Luft essen kann und als Anna Barbara sich hilflos umsah wie sie dem Männlein wohl aus der tiefen Flasche durch den engen Hals helfen könne sagte es ungeduldig nun heile dich doch wenigstens meinst du es ist ein Vergnügen tagaus tag ein im scharfen Wasser zu sitzen hol ein Helmchen Stroh aus deiner Bettstadt daran will ich wohl hinaus klettern also holte Anna Barbara ein Helmchen Stroh das Männchen kletterte geschickt hinaus setzte sich da bröselte sie ein Bröckchen Brot ab tat ein Tropfen Milch in eine Haverschluse und gab ihm beides gleich schrie das Männlein schlug wütend mit den Armen und fraß und stopfte dass es blau rot im Gesicht wurde und dass ein Bäuchlein anschwoll wie eine dicke Saubohne immer schrie es gleich und wenn ihm Anna Barbara das Bröselchen nicht schnell genug reichte so schaltest sie gleich ein faules Mädchen es werde nun auch faul sein beim Reinigen des Putzwassers schließlich aber war das Männlein gesättigt saß zufrieden auf dem Flaschenkorken baumelte mit den dürren Beinen und sprach oh wie bin ich schön satt das hast du gut gemacht nun werde ich dir auch ein Putzwasser bereiten da sollst du sehen wie die Arbeit flitzt kann man denn all die Pfennige überhaupt je blank bekommen fragte Anna Barbara ängstlich das kannst du das kannst du antwortete das Männchen kaltblütig wenn du nämlich Ausdauer hast und ich dir helfe und hat denn Hans Geiz wirklich den goldenen Thaler fragte Anna Barbara wieder das wirst du schon erfahren sagte das Männlein aber so viel kann ich dir heute schon sagen er hat ihn und er hat ihn nicht Anna Barbara zerbrach sich den Kopf was das wohl bedeute da sagte das Männchen nun will ich auch einmal eine Frage tun nämlich wie heißt du denn Anna Barbara sagte Anna Barbara das ist ein schrecklich dummer Name sagte das Männchen ich werde dich Liebste nennen da mußte Anna Barbara gewaltig lachen denn daheim in ihrem Dorfe nannten die jungen Burschen das Mädchen das sie einmal heiraten wollten ihre Liebste und wenn sie sich dazu das Männchen ansah nicht größer als ihr Daumennagel und bedachte es wolle sie auch Liebste nennen so musste sie eben laut als lachen Sofort wurde das Männlein krebs rot vor Wut und schrie Lach nicht so dumm du albernes Mädchen Jawohl Liebste nenne ich dich und du wirst mich Liebste heißen und wenn die Zeit gekommen ist werden wir uns heiraten Da konnte sich Anna Barbara nicht mehr halten Sie sprang auf trampelte mit den Füßen vor Vergnügen auf der Erde herum und lachte so laut sie Männchen ansah mit seinem blau roten faltigen Gesicht einem Schädel blank wie ein Ei einem strubbeligen Bart mit einem runden Bäuchlein und Arme und Beine so dürr wie stecken und dabei dachte das sollte einmal ihr Mann werden so musste sie eben wie toll lachen Das Männchen aber sprang von seinem Karken auf trampelte auch mit den Füßen auf den Boden aber vor Wut und kreischte mit seiner dünnen piepsigen Stimme warte nur du böses Mädchen wenn du erst meine Frau bist dann will ich dich für dieses Lachen an den Haaren reißen und es schüttelte wütend seine Fäustchen gegen Anna Barbara als die aber gar nicht mit Lachen aufhörte fuhr es zornig an der Flasche hoch sprang hinein und war untergetaucht und nur Schaum und Blasen im Putzwasser verrieten noch dass es weiter darin saß und wütete bald machte sich auch Anna Barbara wieder in ihrer Arbeit und so flink ging sie ihr von statten dass sie denken musste ist es komische Männchen auch wütend macht es mir doch das Putzwasser so scharf dass ich nur einmal über den schmutzigsten Pfennig hinzureiben brauche und er glänzt wie nicht ab fleißig zu reiben und zu scheuern damit ihr das Jahr nur recht kurz werde und jede Tonne die sie von schmutzigen Pfennen entleert und mit blanken Pfennigen gefüllt hatte machte ihr das Herz leichter und das Männlein bereitete mit seinen Künsten das Putzwasser immer schärfer und sie aßen zusammen alle Tage von dem Brot und sie tranken gemeinsam von der Milch aber das Männchen hörte nicht auf sie liebste zu nennen und er bozte sich jedes Mal von neuem wenn sie darüber zu lachen anfing und wenn es sagte in seinem Hause dürfe sie nur Linsensuppe kochen aber keine Erbsen wollte Anna Barbara gerade Erbsen und fragte ihn wohl auch spöttisch ob sein Haus die Putzwasser Flasche sei und ob sie da auch hinein müsse er möge nur die Türe nämlich den Hals erst ein bisschen weitermachen immer endete es aber damit dass das erzürnte Männlein ihr schwere Strafen androhte wenn sie erst seine Frau sei und wollte er sie im Anfang nur am Haar reißen kam es am Ende doch so weit dass sie ihr jedes Haar einzeln ausreißen die Nase abbeißen und die Augen als dicke Erbsen kochen aufblasen als gurgle es mit dem Putzwasser Zwischen Tag und Nacht war in dem lichtlosen Kellerloch tief in der Erde in dem nur die Glühwürmchen leuchteten kein Unterschied so wusste Anna Barbara nicht wie viel Zeit vergangen war als sie an die letzte Tonne mit Kupferling ging auf dem Boden dieser Tonne lag aber eine kupferne Glocke und als sie den letzten Pfennig geputzt hatte fuhr aber danach gleich in seine Flasche Anna Barbara schwang die Glocke da fing sie sonderbar an zu summen und zu brummen es war der Anna Barbara ganz als Treibe der Kuhhirte im Dorfe daheim die Herde in die Stelle und die große rotschäckige Kuh vom Müller läute mit der Glocke an ihrem Haus der Herde voran Als sie aber die Glocke weiter schwang klirrten die Riegel an der Kellertür die Tür sprang auf und hereintrat der dürre gelbe Hans Geiz und sprach grämlich bist du fertig hast du auch sauber geputzt hast du auch keinen Kupferling ausgelassen und er wühlte in der Tonne als er sah es war alles ordentlich gemacht sprach er zu dem Mädchen du hast dir den dritten Teil vom goldenen Taler verdient komm dienen kannst da fasste sich Anna Barbara ein Herz und bat den harten Hans Geiz beweglich möge sie doch gehen lassen sie halte es nicht aus im öden Keller ohne eine Menschenstimme ohne liebe Sonne und ohne bunte Blumen da fing das Putzwasser in der Flasche an zu brodeln und zu spucken als sei das Männchen überaus wild aber Hans Geiz sagte sehr kalt Vertrag sei bis sie nicht ihre Zeit abgedient habe damit fasste er sie am Arm und wollte sie durch das Stüblein in einen anderen Keller führen Anna Barbara aber riss sich los von ihm und sie lief aus der kleinen Stube in den großen Saal und sie rannte zwischen den Stiefel und Matratzen Haufen und zwischen den Bergen von altem Papier so rasch sie nur rennen konnte dem Ausgang zu der Hans Geiz eilte sich gar nicht denn er wusste ja sie kam wegen der Hunde Gier und Neid doch nicht heraus die Hunde aber als sie Anna Barbara heranlaufen sahen sprangen auf zerrten an ihren Ketten und warfen aus ihren Mäulern so viel glühendes Feuer in die Luft dass Anna Barbara vor der Hitze ohnmächtig hinsank da nahm sie Hans Geiz auf seinen Arm und trug sie gemächlich in den anderen Keller wo er sie auf ein Lager legte als Anna Barbara da aus ihrer Ohnmacht erwachte war sie ganz allein in einem Keller noch viel größer als der Kupferkeller und an den Wänden dieses Kellers standen viele Tonnen mit beschmutztem Silbergeld und hatten im anderen Keller vielleicht zwanzig Tonnen gestanden so waren es hier vierzig oder gar fünfzig Bei diesem Anblick fing Anna Barbara bitterlich zu weinen an und sie klagte über ihr jämmerliches Leben das sie nun ewig putzend in öden Keller Gewölben verbringen müsse und nie nie werde sie das Putzen dieses Silbers bewältigen Als sie aber so weinte und klagte hörte sie ein böses hämisches Lachen und als sie aufschaute saß wieder das Putzwassermännlein auf dem Tisch lachte ungetreue Liebste hast du mir nicht die Heirat versprochen und nun wolltest du von mir fortlaufen in die Welt hinaus und mich allein im Wasser sitzen lassen zornig rief Anna Barbara gar nichts habe ich dir versprochen glaubst du denn wirklich ich will einen alten Knacker heiraten mit einem Kahlkopf wie ein nacktes Knie einer Knollennase blau wie eine Kornblume und einem Strubbelbart der mir bei jedem Kuss die Lippen zersticht nie und nie wirst du mein Mann werden so fragte das Männchen giftig werde ich nicht dein Mann so helfe ich dir auch nicht beim Putzen und du kommst nie wieder aus dem Gelbe damit fuhr es zornig in die Flasche aber weder Schaum noch Blasen zeigten dass es im Putzwasser wohltätig wirke und als Anna Barbara wieder an ihre Arbeit ging mochte sie reiben und polieren das Silbergeld wollte nicht blank werden da warf sie sich verzweifelt auf ihr Lager und dachte ich werde nichts mehr essen noch trinken dann sterbe ich und brauche mich nicht mehr zu plagen dann bin ich tot wie die liebe Großmutter und bin vielleicht bei ihr und ohne Not darüber schlief sie ein und im Traum war ihr als säße die gute Großmutter wieder lebendig neben ihrem Lager und spräche was man sich einmal vorgenommen hat das muss man auch durchführen Anna Barbara nun halte aus bis du dir den Goldtaler verdient hast mit dem Männlein aber mache deinen Frieden so oder so denn es allein kann dir aus diesem Gewölbe helfen es wird schon kein Unmensch sein und nichts Unmögliches von dir verlangen da seufzte Diana Barbara im Traum und sprach er will aber doch dass ich ihn heirate und ich kann doch nicht mit ihm im Putzwasser leben da verzog die Großmutter das Gesicht recht grämlich und sprach ja Kind wenn du nur den goldenen Taler hättest so ging auch das wohl damit entschwand die Großmutter als zerging ein Rauch Anna Barbara aber wachte davon auf dass seine feine Stimme Hilfe Hilfe rief sie sprang auf und sah zwei Ratten von denen trug die eine das ewige Stückchen Brot im Maul die andere aber das schreiende Männchen Anna Barbara griff in die nächste Silbertonne warf ein Silberstück und traf die Ratte so geschickt dass sie das Männlein fallen ließ und quiekend in ihr Loch fuhr mit dem anderen Silberstück aber traf sie die andere Ratte dass sie das Brot fahren ließ dann lief Anna Barbara zu dem Männlein hob es auf trug es an den Tisch und setzte es wieder auf den Flaschenkorken da sprach das Männlein du hast mir nun das Leben gerettet Anna Barbara denn die Ratten waren sehr böse auf mich und wollten mich fressen weil ich ihnen dein Brot nicht lassen mochte so will ich denn auch nicht weiter in dich dringen dass versprichst mich all deinen Lebtage bei dir zu tragen und mich nie und in keiner Not zu verlassen Anna Barbara antwortete Putzwassermännlein das will ich dir gerne versprechen weil du dich ja um meines Brotes Willen so mutig in Gefahr begeben hast und ich will dir auch bestimmt nicht wieder fort laufen so machten sie ihren Frieden und Vertrag miteinander und von da an erzunden sie aber so eifrig dass sie die vielen Silbertonnen schneller blank bekamen als die wenigen Kupferfässer auf dem Grunde der letzten Silbertonne fand Anna Barbara eine schöne Silberglocke und als sie die schwang war es ihr als Leute der Küsterjunge das Mittagsglöckchen daheim da schwoll ihr vor Sehnsucht nach dem Heimatdorfe das Herz und vor Heimweh hielt sie es kaum mehr aus doch die Riegel rasselten wie das vorige Mal und hereintrat nur der böse Hans Geiz er prüfte ihre Arbeit und als er sie für gut befunden führte er das Mädchen am Arm in den dritten Keller diesmal machte sie keinen Versuch ihm weg zu laufen denn sie wusste an den Hunden kam sie doch nicht vorbei und sie durfte auch das Putzwassermännlein nicht im Stich lassen im dritten Keller nun standen unendlich viele Tonnen mit roten und gelben Goldstücken bei ihrem Anblick rief Anna Barbara freudig aus oh der wird doch auch mein goldener Thaler dazwischen sein Hans Geiz sprach darauf recht böse vielleicht ist er dazwischen wenn du ihn aber nicht findest so bekommst du ihn auch nicht da sprach Anna Barbara angstvoll wie soll ich ein Taler unter so vielen tausenden erkennen sagte Hans Geiz wenn dein Herz ihn nicht erkennt so hast ihn auch nicht verdient erkennt ihn aber dein Herz und bekommst du ihn nicht rein so hast du ihn wiederum nicht verdient damit ging Hans Geiz und schlug die Türe hinter sich zu Anna Barbara aber sprach zu dem Männlein kannst du mir denn nicht raten und sagen welches mein goldener Taler ist sprach das Männlein traurig hier sind meine Hilfe und Macht zu Ende horche nur auf dein eigenes Herz vielleicht dass es dir sagt welches der rechte goldene Taler ist so begann Anna Barbara zu putzen und bei jedem Goldstück das sie in die Hand nahm befragte sie ihr Herz doch ihr Herz blieb stumm es fiel dem Mädchen aber auf dass das Männlein stets stiller und schweigsamer wurde gar keinen Scherz machte es mehr nicht einmal geriet es noch in Wut und es rührte auch kaum noch ein dir Männlein sprichst nicht issest nicht trinkst nicht du bist doch nicht krank da antwortete das Männlein lass mich Anna Barbara da sagte Anna Barbara nein ich lasse dich nicht Männlein ich habe dir ja versprochen dich nie im Leben zu lassen also lasse ich dich auch jetzt nicht da sagte das Männlein vergiss das auch nicht Anna Barbara fuhr wieder in seine Flasche und wollte um keinen Preis erzählen was ihm denn fehle so kam nach langer Arbeit schließlich die letzte Goldtonne heran und immer noch war Anna Barbaras Herz stumm geblieben aus der letzten Tonne putzte Anna Barbara Goldstück um Goldstück aber ihr Herz sagte goldene taler hat mir mein herz auch nicht verraten das männlein antwortete darauf betrübt ich kann dir auch nicht raten und helfen aber vielleicht hat Hans geiz den goldenen taler listig irgendwo versteckt suche doch einmal da machte sich Anna Barbara waren suchen aber so emsig sie auch jedes Eckchen und Fleckchen im Keller durchstöberte sie fand den goldenen taler nicht als sie sich nun ganz trostlos an den Tisch setzte sprach das männlein ich habe Hunger Anna Barbara gib mir ein Brückchen Brot da sagte Anna Barbara wir haben doch heute schon gegessen Männchen es sind nur noch ein paar Krümlein da die müssen bleiben damit das Brot während meines Schlafes nachwächst da sprach das Männlein wenn du mir jetzt nicht gleich zu essen gibst komme ich um verhunger und bin tot da dachte Anna Barbara es ist ja nun alles gleich da ich den goldenen taler doch nicht gefunden habe so ist ja alles doch umsonst gewesen und ich will ihm gerne die letzten krummen geben dass er noch einmal satt schickte ihm die letzten krümlein in den Mund froher schlug das Männlein die Augen auf und fing eifrig an das nahe Brot zu kauen plötzlich aber verzog es das Gesicht im Schmerz griff in den Mund und schrie au wei mein Zahn was ist denn da für ein harter Kiesel im Brot und aus dem Munde brachte es etwas das sah aus wie ein gelbes Steinchen als das Männchen es aber in den Händen hielt fängt es an zu wachsen schon wurde es ihm schwer hell klingend fiel es auf den Tisch hastig griff Anna Barbara danach hielt es in den Händen sie saß mit Herzklopfen an und rief freudig das ist mein goldener Thaler ich spüre es mein Herz sagt es mir im Brot in unserem letzten Restchen Brot hat ihn der böse Hans Geiz versteckt dass ich ihn nur nicht finden kann auch das Männchen wurde nicht müde den goldenen Thaler zu betrachten und rief jetzt haben wir es das saubere goldfällchen oh wie es gleißt und blitzt schnell putze Anna Barbara sieh doch was ist da für ein böser roter Fleck Anna Barbara hatte den hässlichen roten Fleck auch schon gesehen geschwind nahm sie das Tüchlein goss Putzwasser darauf und fing an zu reiben und zu putzen dass ihr warm ward aber oh weh je mehr sie rieb umso röter ward der Fleck ja es war ganz als riebe sie ihn immer breiter über den goldenen Thaler hin schließlich ließ sie müde die Arme sinken und sprach ich schaffe es nicht der Fleck nur nicht den Mut auf gleich fahre ich in die Flasche und bereite dir das schärfste Putzwasser das es je gegeben hat und es stieg in die Flasche und es braute wallte wogte und werkte darin es spülte und trieb um es mischte und es stieg auf und nieder dass es brodelte und dampfte schließlich kam es wieder heraus setzte sich ganz müde auf den Flaschenpropfen und sprach nun putze Anna Barbara besseres Putzwasser kann ich nicht bereiten Anna Barbara goss von dem Wasser auf ihr Läppchen und rieb und siehe der Fleck wurde heller und jubelnd rief sie es gelingt es wird blank aber als sie das Läppchen wieder fortnahm war es als ginge eine Wolke über den goldenen Thaler und er war wieder fleckig da rief sie traurig es fehlt noch ein kleines bisschen an deinem Wassermännlein weißt du denn nicht was da sagte das Männlein traurig ich habe alles hineingetan was hineingetan werden muss wenn noch etwas fehlt musst du es hineintun weißt du denn nicht was da antwortete Anna Barbara ich weiß nichts es war ja aber so als müsste sie wissen was dem Putzwasser noch fehlte als fiel es ihr nur nicht ein das Männlein aber sagte betrübt so hilft uns auch der goldene taler nicht zur Freiheit da saßen sie beide still und betrübt am Tisch alle lange Arbeit war umsonst getan sie kamen doch nicht hinaus nach einer Weile aber sprach das Männchen mit schwacher Stimme ich weiß nicht was mit mir ist Anna Barbara erst habe ich gar nichts essen können und nun muss ich immer zu essen gib mir noch ein wenig Brot Anna Barbara aber rief du weißt doch Männlein dass du unsere letzte krume Brot gegessen hast nun haben wir nichts mehr zum Nachwachsen da klagte das Männlein oh weh oh weh nun muss ich gewiss sterben und es fiel schwach von seinem Korken Anna Barbara nahm es in die Hand und als sie den kleinen Mann der so lange Zeit ihr Geselle gewesen war und ihr getreulich bei aller Arbeit geholfen hatte bleich und wie sterbend sah da dachte sie nicht mehr an seine knollennase seinen kahlen Schädel und den Strubbelbart sondern ihre Augen gingen über von den herzlichen Mitleidstränen und sie rief lieber Geselle lass mich doch aber fiel auf den goldenen Thaler sie zischte auf als sei sie auf etwas glühendes gefallen ein kleines Wölkchen stieg empor und als es verflogen war lag der goldene Thaler fleckenlos da jubelnd rief Anna Barbara lieber Geselle wach auf der goldene Thaler ist blank mit schwacher Stimme fragte das Männlein meinst du das denn wirklich dass ich dein lieber Geselle bin der dich nie im Leben verlassen darf das meine ich ganz wirklich sagte Anna Barbara willst du mich dann auch liebster nennen und darf ich dich liebster nennen fragte das Männchen jawohl will ich das und jawohl darfst du das antwortete Anna Barbara so gib mir darauf einen Kuss verlangte das Männlein das wollte ich wohl gerne tun liebster lachte Anna Barbara aber du bist hier so klein wie der nagel an meinem finger ich habe Angst ich werfe dich mit meinen lippen um wenn es weiter nichts ist sagte das Männchen so rühre mich nur einmal mit deinem goldenen taler an das tat Anna Barbara und sofort fing das Männchen an zu wachsen und hörte nicht er damit auf bis es ebenso groß war wie Anna Barbara wie ist es denn nun mit dem Kuss liebste lachte es und war eigentlich ganz gräulich anzusehen mit seinen Spinnenarm und Beinen seiner blauen Nase und dem Kegelkopf Anna Barbara aber sagte mein Geselle bist du ja doch wenn du auch gräulich anzusehen bist und gab ihm einen Kuss unter dem Kuss aber spürte sie wie sich das Männlein verwandelte und als sie es los ließ stand ein schöner junger Mann vor ihr und sah sie lächelnd an ja ich bin das Männlein aus dem Putzwasser sprach er und du hast mich erlöst Anna Barbara wie du war auch ich auf der Suche nach dem goldenen Thaler fiel in die Hände des bösen Hans Geiz und musste für ihn putzen aber ich hatte nicht deine Geduld putzte nur weniges und das schlecht da hat er mich zur Strafe ins Putzwasser gesteckt und zum alten Putzwassermännlein gemacht nun aber nimm deinen goldenen Thaler in die Hand und ich nehme meine Flasche mit Putzwasser wir wollen machen dass wir endlich wieder die liebe Sonne schauen damit ging sie an die Tür und Anna Barbara klopfte mit ihrem goldenen Thaler dagegen da flogen die Riegel zurück und die Schlösser sprangen auf und sie konnten hindurch gehen auf der anderen Seite der Tür aber stand der böse Hans Geiz und er war gelber und dürrer als je als er sprach du darfst gehen Anna Barbara denn du hast alles getan was du tun solltest aber deinen Liebsten musst du hier lassen der darf nicht hinaus wenn er hierbleiben muss so bleibe ich auch hier sprach Anna Barbara mit fester Stimme ihr Liebster aber rief lass mich nur machen und er spritzte aus dem Fläschchen Wasser in das Gesicht von Hans Geiz da schrie der auf verschmerzt oh wie das brennt und wehtut lauft nur immer ihr dumm an den Hunden Gier und Neid kommt ihr doch nicht vorbei und sie liefen durch den langen Saal mit dem alten Gerümpel und von Ferne sahen sie die Hunde schon in ihren Kettenzahn und Feuerblasen als sie aber näher kam spritzte der Jüngling wieder Putzwasser aus seiner Flasche und vor Schmerzen wimmernd verkrochen sich die Hunde und ließen die beiden vorüber nun aber standen sie in dem kleinen Vorraum von dem der dunkle Schacht himmelhoch hinauf ging und ganz oben sahen sie einen kleinen blauen Fleck das war der liebe Himmel den sie so lange nicht gesehen es gab aber keine Tür aus dem Vorraum und keine Treppe den Schacht hinauf und sie fanden keinen Weg hinaus sie wollten schon fast verzagen da hörte Anna Barbara in der Ferne ein Getraps und sie machte ihre Stimme ganz laut und schrie hör mich Schimmel unverzagt nach einer Weile verschwand der kleine Himmelsfleck oben denn der Schimmel schaute hinab und fragte wer ruft das Mädchen rief Anna Barbara dass du im Winter hierher gefahren und ihr Liebster kannst du uns denn nicht hinaus helfen das kann ich vielleicht antwortete der Schimmel wollt ihr mich dann aber auch immer bei euch behalten und mir gut zu fressen geben und mich im legen das versprechen wir dir riefen die beiden so wartet ein Weilchen sagte der Schimmel bis die Haare an meinem Schwanz lang genug gewachsen sind so standen sie ein Weilchen aber plötzlich sagte Anna Barbara mich kitzelt was an der Backe Liebster antwortete er mich krabbelt was im Nacken Liebster was mag das wohl sein fragten sie und als sie hin fassten hielt jedes ein Pferdehaar wir wollen sehen ob es fest genug ist sprachen sie und sie hängten sich daran und das Haar hielt und sie zogen sich daran empor da waren sie oben und nach langer Zeit standen sie wieder in der lieben Sonne und sahen das Himmelslicht und das gute Grün von Gras und Baum sie hörten die Vögel singen und rochen den Duft der Blumen da sanken sie sich in die Arme und waren sehr froh und küssten sich dann aber setzten sie sich auf den Schimmel unverzagt und er ging fort mit ihnen und hörte nicht eher auf zu gehen bis sie vor dem Haus hielten in dem Anna Barbara mit ihrer Großmutter gelebt hatte da hinein gingen sie die jungen Leute in die Stube der Schimmel aber in den Stall und dort lebten und arbeiteten sie nun und sie waren immer glücklich weil sie den goldenen Thaler hatten denn wer den ohne Fleck in allem Glanze hat der ist immer glücklich der Schimmel unverzagt aber wohnte noch lange bei ihnen und hatte es gut bei ihnen als er starb wurde hinter dem Haus unter einem Apfelbaum begraben und ihm ein Grabstein gesetzt mit den folgenden Fersen hier ruht der Schimmel unverzagt den Geiz in kaltes Eis gepackt der goldne Thaler wärmt ihn auf zufrieden war sein letzter Schnauf nun ruht er aus von aller Mühe er war ein herzlich gutes Vieh Geschichte vom Unglücks Huhn Es lebte einmal ein großmächtiger Zauberer der hatte einen stolzen bunten Hahn und drei Hühner von denen konnte das eine Huhn goldene Eier legen das andere silberne das dritte aber gar nichts nicht einmal gewöhnliche Hühner Eier darüber wurde es sehr traurig denn die anderen Hühner lachten es aus und wollten nicht einmal mit ihm auf die Straße gehen und der stolze Hahn den es sehr erliebte sah es nicht einmal an und redete nie mit ihm fand es aber einmal einen schönen langen Regenwurm oder einen fetten Engerling gleich nahmen ihm die anderen den Bissen fort und sprachen wozu brauchst du so fett fressen du kannst ja nicht einmal gewöhnliche Eier legen geschweige denn goldene und silberne wie wir mach dass du fahrt kommst nichts Nutz darüber wurde das Huhn immer verzweifelter nichts freute es mehr im Leben es sah trübsinnig in der Ecke und sprach zu sich putt 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 ich wollte ich wäre tot zu nichts bin ich nutze der stolze bunte Hahn den ich so sehr liebe schaut mich gar nicht an und so sehr ich auch drücke es kommt kein einziges Ei aus meinem Leibe putt 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 ich bin ein rechtes Unglückshuhn der großmächtige Zauberer hörte dass das Huhn so klagte und er tröstete es und sprach warte nur was aus dir noch werden wird deine Schwestern können wohl goldene und silberne Eier legen dich aber habe ich zu einem noch viel besseren Werke aufgehoben aus dir wird man noch einmal eine Suppe kochen die tote lebendige macht diese Worte des Zauberers hörte seine Haushälterin ein kleines böses Fräulein das die Hexerei erlernen wollte und sie dachte bei sich eine Suppe die tote lebendig macht ist eine schöne Sache damit könnte ich viel Geld verdienen als nun der großmächtige Zauberer zu Besuch bei einem anderen Zauberer über Land gefahren war fing sie das Unglückshuhn schlachtete es rupfte und zänkte es nahm es aus und tat es in einen Kochtopf um die Lebenssuppe aus ihm zu kochen als das Wasser aber zu brodeln und zu singen anfing klang das der Hexe gerade so als riefe das tote Huhn im Kochtopf putt putt ich Unglückshuhn putt putt ich Unglückshuhn da bekam die Hexe einen großen Schreck sie tat alles vom Feuer holte sich Messer Gabel und Löffel und machte sich daran das Huhn schnell auf zu essen denn sie dachte in ihrer Dummheit wenn sie das Huhn erst im Leibe hätte würde es nicht mehr rufen können und so würde der Zauberer auch nichts von Derweil saß der Zauberer mit seinem Freunde in dessen Stube und weil sie sich alles erzählt hatten was sie wussten fing sie an sich aus langweile einander ihre Zauberkünste zu zeigen Was hast du denn da in der Nase fragte der eine und zog dem anderen einen Wurm aus dem Nasenloch Der Wurm wurde immer länger und länger Nein was hast du bloß für Zeugs in der Nase sagte der Zauberer du solltest sie doch einmal ordentlich ausschnauben und er warf den Wurm der einen guten Meter lang war zum Fenster hinaus und du fragte der andere Zauberer du wäschst dir wohl nie die Ohren warf dich da gehen schon die Radieschen auf sie doch und er griff ihm ins Ohr und brachte eine Handvoll Radieschen hervor danach eine dicke gelbe Rübe und zum Schluss gar eine grüne Gurke die noch länger war als der Wurm Nun lass es aber genug sein sagte der andere und hustete und von dem Husten flog das ganze Gemüse vom Tisch und einem auf der Straße vorübergehendem Weibe in den Korb Das meinte heute schneies Radieschen regne Gurken und hagele Rüben und fing vor Schreckern zu laufen dass seine Röcke flogen die beiden Zauberer aber lachten dass ihnen die Bäuche wackelten jetzt will ich dir etwas zeigen was du nicht kannst sagte der fremde Zauberer er zog seine Jacke aus guckte in den Ärmel und sprach durch diesen Ärmel kann ich überall hin und durch alle Wände gucken wenn du das kannst sprach der großmächtige Zauberer so sage mir was du in meiner Stube siehst in deiner Stube sprach der andere Zauberer sitzt ein Fräulein am Tisch hat eine Schüssel mit Suppe vor sich und nagt an einem Hühnerbein was schrie der Zauberer in höchstem Zorn hat sie gar das Huhn geschlachtet aus dem ich die Lebenssuppe kochen will da muss ich eiligst fort und er schlug dreimal auf den Stuhl auf dem er saß und da verwandelte sich der Stuhl in einen riesigen Adler flog mit ihm aus der Stube und rauschte mit solcher Schnelligkeit durch die Luft das kaum eine Minute vergangen war da waren sie schon im Zimmer des Zauberers die kleine Hexe ließ vor Angst das schon abgenagte Hühnerbein aus der Hand fallen weinte und schrie ich will es auch gewiss nicht wieder tun das half ihr nichts der Zauberer ergriff eine kleine Flasche die auf seinem Waschtisch stand und gebot fahrer hinein und sofort wurde das Häckslein ganz klein und fuhr wie ein Rauch in die Flasche der Zauberer stöpselte die Flasche gut zu hängte sie dem Adler um und sprach nun fliege wieder mein guter Adler sonst fehlt meinem Freunde noch ein Stuhl und sage ihm er soll dieses kleine Häckslein ja nicht herauslassen sonst stiftet es nur Unfug wenn er aber wissen will wie das Wetter wird soll er nur das Häckslein in der Flasche ansehen hat es den Mund zu bleibt das Wetter gut streckt es aber die Zunge heraus gibt's Regen sagte der Adler flog ab und tat wie ihm befohlen der Zauberer aber ging durch Haus und Hof und suchte alles zusammen was das Häckslein von dem Huhn weggeworfen hatte die Federn vom Dunghaufen die Eingeweide aus dem Schweineeimer und den Kopf aus dem Kehricht nur das Fleisch von dem einen Bein blieb fehlen das war aufgegessen und nicht wieder zu bekommen macht auch nichts sagte der Zauberer legte alles schön zusammen und sprach einen Zauberspruch schwupp stand das Huhn wieder heil und ganz da nur fiel es gleich wieder um weil ihm ein Bein fehlte und es auf einem Bein nicht stehen konnte macht auch nichts sagte der Zauberer und schickte zu einem gelehrten Goldschmied der verfertigte mit all seiner Kunst ein goldenes Hühnerbein und setzte es dem Huhn so künstlerisch ein dass es damit gehen konnte als sei es aus Fleisch und Knochen das gefiel dem Huhn nicht so übel das Bein blinkerte und glänzte herrlich wie nicht einmal die Federn vom stolzen bunten Hahn und klapperten so schön auf dem Stubenboden wenn es lief als gackelten zehn Hühner nach dem Eierlegen wie aber ward dem Huhn als es mit seinem Goldbein ganz vergnügt und stolz auf den Hof hinaus klapperte falsch Bein hin kaputt riefen die beiden anderen Hühner die goldene und silberne Eier legen konnten höhnisch du altes Klapperbein und sie jagten das Huhn mit Schnabelstößen und Krallenkratzen so lange herum bis es vor Angst auf einen Baum flatterte am schlimmsten aber hackte und kratzte der stolze bunte Hahn hier darf nur einer glänzen und der bin ich rief er böse und hackte dass die Federn flogen da saß nun das arme Huhn ganz verängstigt auf seinem Baum und klagte bei sich putt 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 ich Unglücks Huhn ich dachte nun würde es besser werden nachdem ich so viel ausgestanden habe aber nun ist es ganz schlimm geworden ach Gott wäre ich bloß tot indem er später eine diebische Elster das in dem Baum etwas glitzerte und blinkte und dachte es gäbe was zu stehlen flog hinzu und wollte dem Huhn das Goldbein abreißen dazu war sie aber zu schwach flog also als sie dies einsah eilends fort und rief hunderte von ihren Schwestern zusammen die alle ebenso wild auf glänzendes waren wie sie da fielen alle Elstern mit spitzen Schnabel hieben über das Huhn her die Federn stoben in alle Winde es gab ein entsetzliches Gezeter und Gekreisch weil jede Elster gerne das Goldbein gehabt hätte das Huhn aber stürzte wie tot vom Baum dem großmächtigen Zauberer gerade vor die Füße denn er kam aus seinem Zimmer um zu sehen was denn dafür ein hellischer Spektakel sei der Zauberer sah das Huhn betrübt an denn es war keine Feder mehr auf ihm und die Haut war auch ganz blutig und er sprach du hast es freilich schlimm du altes Unglückshuhn aber warte nur und halte aus du sollst sehen wenn erst die Lebenssuppe aus dir gekocht wird wirst du so berühmt und geehrt wie kein Huhn vor dir damit trug er das Huhn ins Haus weil aber keine Feder die alle der Wind fortgetragen hatte mehr aufzufinden war schickte er zu einem geschickten Silberschmied und ließ dem Huhn eine künstliche Silberhaut über den ganzen Leib machen die blinkerte und glänzte so schön dass es eine wahre Freude war und dazu klapperte das Hühnerbein wie ein frohes Hühnergegacker da wurde das Unglückshuhn sehr froh und stolz und ging hinaus auf den Hof sich den anderen Hühnern zu zeigen die anderen beiden Hühner kamen mitsamt dem stolzen Hahn eilends herbeigelaufen zu sehen was denn das für ein geglänze und geglitzer sei als sie aber sahen es war bloß das Unglückshuhn und merkten kein Schnabelhieb ging durch die feste Silberhaut da sagten sie verächtlich nein dieses elende Huhn es hat ja nicht einmal Federn es ist ganz nackt mit einer solchen gemeinen Person wollen wir nichts zu tun haben und der stolze bunte Hahn krähte wütend ich habe dir schon einmal gesagt dass ich allein glänzen darf warte nur ich werde nicht einmal einen Regenwurm von dir annehmen wenn du nicht dein graues Federkleid wieder anziehst das kann ich doch nicht rief das Huhn traurig aber der Hahn hörte gar nicht und ging böse weg da weinte das Huhn und klagte mit mir wird es auch nie besser es kann geschehen was da will putt putt ich bin ein rechtes Unglücks Huhn und es saß alle Tage traurig in einer Ecke und weder Silberhaut noch Goldbein freuten es noch aber es sollte noch schlimmer kommen für das arme Huhn das böse Hexlein nämlich das bei dem anderen Zauber in einem Fläschlein auf dem Schreibtisch stand sah all seiner Zauberei zu die er tagsüber machte es lernte dabei viel und wurde immer böse wäre ich nur erst aus der Flasche dachte es ich wollte denen schon zeigen dass ich ebenso gut zaubern kann wie die und sie mächtig ärgern aber der Zauberer passte gut auf und hatte den Flaschenkorken noch mit einem Strick am Flaschenhals fest gebunden dass sie nur nicht heraus kam da geriet das Hexlein auf heist und streckte als es eigentlich gutes Wetter zeigen und den Mund zuhalten sollte die Zunge heraus was ja Regen bedeutete der Zauberer saß und sprach ach so es gibt Regen gut dass ich das weiß ich wollte heute Nachmittag eigentlich über Land und meine Tante die weiße Kröte besuchen nun aber will ich doch lieber zu Hause bleiben denn nass regnen lasse ich mich nicht der Zauberer blieb also zu Haus und weil er nichts rechtes zu tun hatte zauberte er aus reiner Langweile erst eine ganze Stube voll Apfelreis und dann dreihundert kleine Mäuse die den Apfelreis auffressen mussten was seine ganze Weile dauerte als aber die Mäuslein den Apfelreis aufgefressen hatten waren sie groß und dick und rund geworden da zauberte der Zauberer dreißig Katzen die mussten die dreihundert Mäuslein auffressen als die Katzen das getan hatten legten sie sich dicke satt und schläfrig in die Sonne der Zauberer sah das und rief erstaunt was denn ich denke es soll regnen und nun scheint noch immer die Sonne was ist denn bloß mit meinem Häckslein los und er klopfte mit dem Finger gegen das Fläschlein das Häckslein saß ganz still darin und zeigte weiter die Zunge nun es wird wohl gleich los regnen tröstete sich der Zauberer und sah wieder die dreißig Katzen an die faul und schläfrig in der Sonne lagen was mache ich mit dieser Bande bloß fragte sich der Zauberer sie sind so voll gefressen sie sind so nichts mehr Nutze sie haben 300 Mäuse im Bauch und die 300 Mäuse haben eine ganze Stube voll Apfelreis im Bauch Nun liegen sie hier ewig rum und tun gar nichts und er gab einer Katze einen Tritt er war nämlich schlechter Laune weil er trotz des schönen Wetters im Glauben an das Häxlein zu Hause geblieben war die Katze die Katze kümmerte sich gar nicht um den Tritt sondern schlief ruhig weiter da holte sich der Zauberer eine kahle Haselrute und verwandelte die dreißig faulen Miezekatzen in dreißig Haselkätzchen die an dem Zweige saßen so sagte er das sieht wenigstens nett aus und liegt nicht im Wege und er stellte den Zweig in eine Vase als er dies getan hatte sah er wieder nach der Sonne die Sonne schien noch immer und dann sah er nach dem Häckslein in der Flasche das Häckslein zeigte noch immer die Zunge du sagte er und klopfte an das Glas es regnet doch gar nicht nimm die Zunge rein das Häckslein zeigte die Zunge vielleicht hat sich die Zunge zwischen den Zähnen festge klemmt überlegte der Zauberer und schüttelte die Flasche kräftig das Häckslein zeigte noch immer die Zunge ich will die Flasche doch einmal auf den Kopf stellen sagte der Zauberer tat es aber das Häckslein zeigte weiter die Zunge ich will ihm mal die Sonne zeigen dachte der Zauberer dann sieht es doch dass es falsch Wetter zeigt und er trug die Flasche hinaus und hielt sie in die Sonne das Häckslein zeigte der Sonne die Zunge du dummes Ding schrie der Zauberer wütend und warf die Flasche gegen die Wand wie kannst du dich so verkehrt aufführen an der Wand zerbrach die Flasche das Häckslein fuhr heraus wie ein Rauch und ehe noch der Zauberer ein Zauberwort hatte sprechen können fuhrs als Rauch empor in die Wolken weg ist sie sagte der Zauberer verblüfft na hoffentlich macht sie nicht zu viel Unfug damit ging er ins Haus und zog sich die Stiefel an denn er wollte jetzt doch noch über Land zu seiner Tante der weißen Kröte es würde ja doch nicht regnen das Häckslein aber blieb nicht lange in den Wolken denn dort war es ihm zu kalt sondern es fuhr genau dort wieder zur Erde wo das Haus des großmächtigen Zauberers stand dem wollte es zuerst einen Schabernack tun weil es in die Flasche gesteckt hatte das Häckslein verwandelte sich aus einem Rauch zurück in seine menschliche Gestalt und sah vorsichtig durch das Fenster ins Zimmer zu erfahren was der Zauberer wohl täte der Zauberer lag in seinem großen Sessel und schlief ganz fest auf seiner einen Schulter saß das Huhn das silberne Eier auf der anderen das Huhn das goldene Eier legen konnte auf dem Kopf aber der stolze bunte Hahn und die drei schliefen auch wo ist denn bloß das Unglücks Huhn fragte sich das Hexlein wenn ich dem das Herz aus dem Leibe reiße und es auf esse kann er es nicht wieder lebendig machen und ärgert sich fürchterlich so ging das Hexlein vom Garten auf den Hof und sah das Unglücks Huhn ganz betrübt in einer Ecke sitzen das Hexlein fing das Huhn und wollte ihm gerade das Herz aus dem Leibe reißen aber die Silberhaut war zu fest da nahm die Hexe das einzige an dem Huhn das noch aus Fleisch und Knochen war nämlich den Kopf und riss ihn ab weil das Hexlein aber den Hühnerkopf nicht selber essen mochte gab sie ihn einem Hund der gerade die Straße entlang kam der Hund schnappte den Kopf fraß ihn auf und lief weiter so sagte das Hexlein nun kann der Zauberer gewiss sein Liebes Huhn nicht wieder lebendig machen damit verwandelte sich die Hexe von Neuem in einen Rauch und flog über Land eine Stelle zu suchen wo sie neues Unheil stiften konnte der Zauberer schlief sehr fest und hätte noch lange nichts von dem neuen Unheil gemerkt aber der stolze bunte Hahn der auf seinem Kopf sah und schlief träumte davon dass er einen Regenwurm mit dem einen Ende aus der Erde kommen sah er packte den Regenwurm im Traum mit einer Kralle aber der Regenwurm saß zu fest in der Erde er ließ sich nicht heraus ziehen da fing der Hahn im Traum an mit dem Schnabel die Erde aufzuhacken während er weiter mit und davon wachte der großmächtige Zauberer auf und schrie Verschmerzen denn der Hahn hatte ihn bei einer Haarsträhne gepackt riss mit der Kralle daran und hackte mit dem Schnabel in seinen Kopf der Zauberer schallt ihr seid ein ganz freches Gesindel so etwas würde das Unglücks Hohn nie tun und jagte das Geflügel aus der Stube doch machte es draußen gleich ein so lautes Geschrei und Gegacker dass der Zauberer nachsehen musste was da wieder geschehen war Hühner und Hahn aber standen aufgeregt um das silberhäutige Huhn herum das Tod ohne Kopf vom Boden lag der Zauberer hob es auf und sprach traurig wer hat denn das nun wieder getan sicher deine Feinde die bösen Elstern die auf deine Silberhaut gierig waren aber warte nur wenn ich erst deinen Kopf gefunden habe will ich dich schon wieder lebendig machen aber so viel auch suchte er fand den Kopf nicht und das war kein Wunder denn der lief ja in einem Hundebauch über Land schließlich gab der Zauberer das Suchen auf das Unglückshuhn muss ich wieder lebendig kriegen sprach er bei sich und sollte ich mein kostbarstes Eigentum opfern denn ich habe in meinen Zauberbüchern gelesen dass ich aus ihm einmal die Lebenssuppe kochen und dadurch reich und glücklich werde als er das gesagt hatte fiel ihm ein dass er in einer Lade noch einen herrlichen großen Edelstein von seinem Vater hatte er ließ einen kunstreichen Steinschneider kommen und der musste ihm aus dem Edelstein den schönsten Hühnerkopf von der Welt schleifen dann wurde dieser Kopf geschickt auf die Silberhaut gepasst angezaubert und schon stand das Unglückshuhn wieder lebendig aber es sah gar nicht mehr wie ein Unglückshuhn aus es glänzte und gleiste herrlich und der diamantene Kopf stimmerte in allen Farben von der Welt und war dabei so hart dass man mit einem Hammer hätte draufschlagen können er hätte nicht den kleinsten Riß bekommen so sagte der Zauberer zufrieden nun bist du so fest gepanzert dass kein Feind dir etwas tun kann geh nur hinaus Unglückshuhn und hör dir an was die Neidhammel sagen so ging das Huhn hinaus auf den Hof und als die anderen Hühner dies geglänze und gestrahle sahen und merkten dass sie mit ihren Schnäbeln gar nichts mehr ausrichten konnten dass aber das Unglückshuhn einen diamantenen Schnabel hatte schärfer als ein Messer da sprachen sie wütend das ist doch höchst ungerecht wir legen dem Zauberer alle Tage ein goldenes und silbernes Ei und für uns tut er gar nichts aber diese faule nichts nutzige schmückt er als sei sie die Kaiserin aller Hühner nein nun wollen wir tun als sähen wir sie gar nicht und nie mehr ein Wort mit ihr sprechen und der Hahn war erst recht wütend denn sein stolzes buntes Kleid sah neben der Silberhaut und Diamantenkopf des Unglückshuhns völlig blass und schäbig aus und er sprach zornig zu dem Unglückshuhn sprechen sie mich bloß nicht an sie aufgedonnerte Person der Wurm krümmt sich ja einem im Magen wenn man solch ein eitles geprahle sieht mit ihm rede ich überhaupt kein Wort mehr da war das Unglückshuhn ebenso allein und traurig wie vorher kümmerlich saß es in den Ecken herum und seufzte ach spreche doch einmal ein nettes Huhn ein paar freundliche Tuck Tuck mit mir ach sehe mich doch einmal der stolze bunte Hahn liebevoll an ach könnte ich doch einmal ein ganz gewöhnliches Hühnei legen putt 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 ich bin ein rechtes Unglückshuhn unterdessen war das Hexlein weiter über das Land geflogen bis es zu dem kaiserlichen Palaste kam da saß die Tochter des Kaisers am Fenster und steckte das Hexlein sah sie sitzen und merkte wie schön und lieblich sie war und es dachte in seinem bösen Herzen das wäre doch das größte Unheil das ich anrichten könnte wenn ich des Kaisers Tochter krank machte und das Hexlein verwandelte sich flugs in ein Marienkäferchen und setzte sich auf den Stickrahmen der Kaisertochter die sah das Marienkäferchen und sprach liebes Käferchen flieg wieder auf ein grünes Blatt hier auf meinem Stickrahmen stech ich dich noch gar als sie aber beim sprechen den Mund auf machte flog ihr das Marienkäferchen direkt in den Mund hinein davon weil das Hexlein Prinzessin auf der Stelle todsterbens krank sie sank von ihrem Stuhle und war so blass wie ein Laken auf der Bleiche da ließ ihr Vater der Kaiser alle Ärzte zusammen rufen und sie klopften und horchten an der Prinzessin herum sie gaben ihr süße und saure und bittere Medizin sie machten ihr trockene Umschläge und packten sie in nasse Tücher sie ließen ihr alles essen sie machten ihr Zimmer dunkel und trugen sie dann wieder in die Sonne sie maßen Fieber und zählten ihr den Puls kurz sie taten alles was Ärzte nur tun können bloß auf das eine rieten sie nicht dass die Prinzessin ein Marienkäferchen verschluckt hatte das eine böse Hexe war darüber wurde die Prinzessin kränker und kränker und es ging mit ihr nahe bis an den Tod ihr Vater der Kaiser geriet in große Sorge um seine Tochter sein geliebtes Kind und er ließ im ganzen Lande bekannt machen wer seine Tochter von ihrer Krankheit heile solle die Hälfte seines Königreichs bekommen viele kamen darauf herbeigeeilt aber keiner konnte der Prinzessin helfen da wurde der Kaiser zornig und sprach ihr seid ja alle Betrüger ihr wollt nur gut essen und trinken in meinem kaiserlichen Palaste meine Tochter aber macht ihr nicht gesund wer jetzt kommt und macht sie doch nicht gesund dem lasse ich als einem Betrüger den Kopf abhauen nun kam keiner mehr denn davor hatten sie alle Angst eines Tages aber trat der Torwächter doch wieder vor den Kaiser und sprach Herr Kaiser drunten steht einer hat ein silberhäutiges Huhn mit einem Goldbein und einem Diamantkopf unter dem Arm und sagt er kann ihre Tochter gesund machen Torwächter sagte der Kaiser hast du ihm auch gesagt dass ich ihm den Kopf abschlagen lasse wenn er die Prinzessin nicht gesund macht das habe ich ihm gesagt sprach der Torwächter so schicke ihn herauf gebot der Kaiser also kam der Mann hinauf in die kaiserliche Halle wo auch die Prinzessin sterbenskrank auf einem Bette lag und es war der großmächtige Zauberer mit seinem Unglückshuhn erlaubet Herr Kaiser sprach der Zauberer dass ich hier vor den Augen der Prinzessin aus diesem Huhn eine Suppe koche das ist eine Lebenssuppe und wenn die Prinzessin davon ist wird sie wieder gesund man mache ihr ein Feuer gebot der Kaiser und bringe einen Kochtopf mit heißem Wasser du weißt aber wenn es dir nicht gelingt las ich dir den Kopf abschlagen es gelingt mir sprach der Zauberer und warf das Unglückshuhn in das kochende Wasser als das Huhn eine Weile gekocht hatte fragte der Kaiser der ungeduldig war seine Tochter wieder gesund zu sehen riecht die Lebenssuppe schon nein sprach einer von seinen Leuten die dabei standen und zusahen wie sieht sie denn aus fragte der Kaiser wie klares Wasser wurde ihm geantwortet Was tut denn das Huhn? fragte der Kaiser wieder Es sitzt im Wasser und spricht putt 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 ich Unglückshuhn So macht ein stärkeres Feuer unter dem Topf gebot der Kaiser dieses Huhn muss wohl auf einem gewaltigen Feuer gekocht werden Sie taten es und nach einer Weile erkundigte sich der Kaiser von Neuem aber alles war unverändert die Suppe roch nicht war wasserklar und das Huhn saß darin wie in einem Bad und sprach nur putt 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 ich Unglückshuhn Noch einmal wurde stärkeres Feuer gemacht aber alles blieb wie es war da runzelte der Kaiser die Stirne fürchterlich und fragte den Zauberer nun was ist dies du Mann wird es eine Suppe oder bleibt es Wasser der Zauberer aber sprach zitternd mächtiger Kaiser ich gestehe ich habe einen großen Fehler gemacht diesem Huhn wurde von seinen Feinden sehr nachgestellt und so habe ich ihm ein Goldbein eine Silberhaut und einen Diamantkopf gegeben dass niemand ihm noch etwas zu leide tun konnte aber ich habe dabei nicht bedacht dass man Silber Gold und Diamant nicht kochen kann wir könnten dieses Unglückshuhn wohl noch drei Jahre auf dem Feuer haben das Wasser würde Wasser bleiben und keine Suppe werden so kannst du also die Lebens Suppe nicht kochen fragte der Kaiser zornig antwortete der Zauberer betrübt so muss ich dir den Kopf abschlagen lassen sprach der Kaiser denn ich habe mein kaiserliches Wort darauf gegeben damit winkte er einem seiner Soldaten der sofort den Säbel zog der Zauberer sah betrübt herein und dachte schade nun muss ich also sterben das Hexlein aber in der Prinzessin Kehle wollte gerne sehen wie ihrem bösen Feind dem großmächtigen Zauberer der Kopf abgehauen wurde es kroch also aus dem Munde der Prinzessin und setzte sich auf die Lippe um bequem zu zuschauen da sah der Zauberer es und mit seinen Zauber Augen erkannte er dass dies kein Marienkäferchen war sondern ein verwandeltes Hexlein er rief mit lauter Stimme zu dem Unglückshuhn im Kochtopf pick auf pick auf da flatterte das Unglückshuhn aus dem Topf und pickte das Marienkäferchen auf und zermalmte es mit seinem diamantenen Schnabel in demselben Augenblick war die Prinzessin wieder so gesund und schön und lieblich wie sie gewesen der Kaiser gebot dem Soldaten wieder sein Säbel einzustecken zu dem Zauberer aber sprach er du hast zwar die Lebenssuppe nicht kochen können aber dein Huhn hat meiner Tochter das Leben gerettet darum sollst auch du dein Leben behalten und die Hälfte meines Reiches bekommen der Zauberer der Zauberer Heine 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 Riketen aus ganzer Kraft und riefen, Platz da, aus dem Wege, hier kommt das Huhn der kaiserlichen Prinzessin, das Huhn aller Hühner, das Glückshuhn. Das Huhn aber sprach bei sich, »Ach, wenn mich doch meine Schwestern und der stolze bunte Hahn vom Hofe des Zauberers so sehen könnten. Aber die sind nicht hier, und so macht es mir auch keinen rechten Spaß. Putt, 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 ich bin ein rechtes Unglückshuhn.« Die Geschichte von der gebesserten Ratte Unter einem Schweinestall wohnte einmal eine alte Ratte, die vielen Schaden mit Gängegraben anrichtete und den Schweinen das Futter wegfressen tat. Ja, wenn einmal die Muttersau nicht aufpasste, nagte die Ratte sogar aus lauter Bosheit die neugeborenen Ferkel an. Die Leute auf dem Hofe stellten der Ratte auch aller Wege mit Gift und Fallen nach, aber die alte Ratte war listig und ließ sich weder fangen noch vergiften. Nun begab es sich eines Tages im bitterkalten Winter, dass die Ratte in ihrem Erdloch unter dem Steinpflaster jämmerlich fror. Da bedachte sie ihre einsame und bedrängte Lage und sprach bei sich, »Was für ein jämmerliches Leben führe ich doch eigentlich? Überall sind Falden für mich aufgestellt, ich kann gar nicht achtsam genug gehen und muss stets überall meine Augen haben. Finde ich aber wirklich einmal einen schönen, lecker gebratenen Fleischbrocken und freue mich auf das gute Essen, so muss ich schließlich stets das böse Gift in ihm riechen und ihn liegen lassen. Immerwährende Sorge und Hunger und Angst sind mein Leben. Wie gut haben es dagegen die Tiere, die sich unter den Schutz des Menschen gestellt haben, der Hund, die Katzen, die Schweine, Kühe und Pferde. Pünktlich alle Tage bekommen sie ihr Futter, ja, der Mensch putzt ihnen sogar das Fell und sorgt für ihr warmes Bett. Sogar die Vögel, die ihm den Sommer hindurch mit Picken und Naschen doch gewiss Schaden genug tun, vergisst er nicht und füttert sie den ganzen Winter hindurch. Was solch jämmerliche Kohlmeise bekommt, das steht mir doch gewiss auch zu, und so will ich denn meinen Frieden mit den Menschen machen und Freundschaft mit ihnen schließen. Als die Ratte sich das überlegt hatte, wartete sie einen Augenblick ab, in dem der Hund nicht recht aufpasste und lief eilig vom Stall über die Hofstadt zum Wohnhaus. Nein, ach, wie schön warm und gemütlich ist das hier, dachte sie bei sich, als sie ins Zimmer kam. Viel besser als in meinem kalten, dunklen Stall. Hier will ich bleiben. Und sie pfiff freundlich. Der Hausherr, der gerade mit seiner Familie beim Essen saß, hörte das Pfeifen, blickte auf und sah die Ratte. Nein, sowas, rief er, sprang auf und hielt die Gabel in der Hand, kommt einem das Teufelsgetier nun gar schon ins Haus gelaufen, na warte nur. Und er schickte sich an, mit der Gabel nach der Ratte zu werfen. Bitte, einen Augenblick, sprach die Ratte. Sie hatte sich auf die Hinterbeine gesetzt und sprach so manierlich, wie es nur eine alte Ratte kann. Ich komme nämlich in Geschäften und möchte einen Vertrag mit dir schließen, Hausherr. Ich habe mir das überlegt. Ich will mich jetzt bessern und Frieden mit dir schließen. Nun, nun, sagte erstaunt der Hausherr. Ja, sprach die Ratte feierlich und verdrehte vor Rührung über ihren eigenen Edelsinn die Augen im Kopfe, dass ihr fast die Tränen kamen. Ich verspreche feierlich, ich will unter dem Schweinestallpflaster keine Gänge mehr graben. Ich will auch den Schweinen das Futter nicht mehr wegfressen und ich will auch die Ferkelchen nicht mehr annagen, wenn sie auch noch so rosig sind. Der Ratte kam nun wirklich die Tränen, als sie aufzählte, auf was sie alles verzichten wollte, bloß, um mit den Menschen Frieden zu schließen. Ja, schön von dir, Ratte, sprach der Hausherr, aber ich glaube dir nicht, du führst bestimmt etwas Böses im Schilde. Die Ratte versicherte, sie tue das nicht. Eine Gegenleistung, freilich nur eine kleine, müsse sie allerdings verlangen, dass sie nämlich hier im Hause wohnen dürfe und dreimal täglich ihr reichliches Futter bekomme. Gebratenes Fleisch esse ich sehr gerne, sprach die Ratte bescheiden. Und wenn es ein bisschen stinkerig ist, schmeckt es mir noch besser. Ach so, Ratte, lachte der Hausherr, das verlangst du also. Das Leben im Stall ist dir wohl unter all den Fallen und dem Gift ein bisschen zu gefährlich geworden. Nein, Ratte, daraus kann nichts werden, wir beide, Mensch und Ratte, wir müssen Feinde bleiben. Nun, sagte die Ratte höflich, ich verlange gar nichts Unbilliges. Du gibst dir auch den anderen Tieren, die sich unter deinen Schutz begeben haben, Essen und Wohnung. So hast du dir das also gedacht, sprach der Hausherr. Aber du hast vergessen, Ratte, dass zwischen dir und den anderen Tieren ein großer Unterschied besteht. Sie bekommen ihr Futter ja nicht umsonst, sie tun auch etwas dafür. Das Pferd spanne ich vor meinen Wagen und es zieht Lasten oder den Pflug durch das Land. Die Kuh gibt mir ihre Milch und alle Jahre auch noch ein Kälbchen dazu. Das Schwein beeilt sich, groß und fett zu werden, damit ich nur bald wieder Wurst und Schinken habe. Unermüdlich passt der Hund Tag wie Nacht auf, dass sich kein Dieb auf den Hof schleicht, jeden Fremden meldet er mit lautem Gebell an. Auf leisen Pfoten pürscht die Katze durch das Haus, immer bemüht, mich vor Mäuseschaden zu bewahren. Und was tust du für mich, Ratte, dass ich dir dafür Kost und Wohnung geben soll? So frech die Ratte sonst war, jetzt schaute sie doch etwas verlegend rein. Denn auf den Gedanken war sie noch nicht gekommen, dass sie für ihr Futter auch noch etwas arbeiten müsse. Gerade zur rechten Zeit fielen ihr noch die Vögel ein. Und wie ist es denn mit den Vögeln, Hausherr? verlangte sie zu wissen. Das unnütze, flatterige Tier fütterst du doch auch den ganzen Winter hindurch, ohne dass es irgendeine Arbeit für dich tut. Im Winter wohl nicht, da hast du recht, Ratte, antwortete der Hausherr. Aber den ganzen Sommer über sind sie unermüdlich tätig für mich, fangen die Fliegen und Mücken, töten die Raupen, picken die Schmetterlingseier. Ohne die Vögel würde ja bald keine Pflanze in meinem Garten geraten, kein Apfel auf dem Baum ohne Wurmstich reif werden. Nein, Ratte, wenn dir nichts einfällt, was du für mich tun kannst, so wird aus unserem Frieden nichts werden. Jetzt saß die Ratte ganz kleinlaut da. Dass sie nicht einmal so viel wert sein sollte wie ein armseliger Vogel, das hätte sie nicht gedacht. Schließlich sagte sie ganz bescheiden, Ich habe sehr schöne, starke Zähne, so scharf wie kaum ein anderes Tier. Wenn ihr im Haus hier vielleicht etwas zu beißen oder zu zernagen hättet, ich könnte auch die schönsten, die dunkelsten, die gemütlichsten Gänge unter den Dielen nagen. »Untersteh dich, Ratte!« rief der Hausherr und hob drohend die Gabel. »Wir sind froh, dass wir ein heiles Haus mit festen Dielen haben. Wir brauchen keine Rattengänge. Weißt du sonst noch etwas, was du für uns tun könntest?« Die Ratte überlegte sich den Fall wieder eine Weile und sagte dann, »Ich habe einen besonders schönen, langen, nackten Schwanz. Vielleicht könnte ich der Hausfrau mit dem ein bisschen behilflich sein, den Staub wischen und die Suppen umrühren?« »Ihr, um Gottes Willen!« rief die Hausfrau und ekelte sich sehr. »Gebt das bloß nicht zu, Mann! Wer möchte denn noch eine Suppe essen, die dieser eklige, nackte Schwanz umgerührt hat?« Nun aber war die Ratte beleidigt. Sie hielt sehr viel von sich, bildete sich etwas ein auf ihre Schlauheit und List und hatte hier doch nur kränkende Reden gehört und war niedriger eingeschätzt worden als der jämmerliche Vogel. »Ich verstehe nicht«, sprach die Ratte also sehr gekränkt, »was an meinem Schwanz eklig sein soll. Es ist ein besonders schöner Schwanz, jedes Rattenfräulein hat ihn noch zum Verlieben gefunden. Aber ich sehe ja nun, man würdigt hier meine guten Absichten nicht, und so bleibt mir denn nichts übrig, als dass ich wieder in den Stall gehe, meine Gänge unter dem Pflastergrabe, das Schweinefutter fresse und die rosigen Ferkel annage. Ihr habt die Freundschaft mit mir nicht gewollt, also schältet nur noch nicht auf mich, wenn ich weiter euer Feind bin.« Damit schickte sich die Ratte an, zu gehen. »Einen Augenblick noch, Ratte«, rief der Hausherr. Er bedachte nämlich, dass die Ratte ihm, wenn sie jetzt im Zorn ginge, noch viel mehr Schaden tun würde als bisher und dass sie als schlaues Tier weder mit Gift noch mit Fallen zu töten war. Da schien es dem Hausherrn ein kleineres Übel, sie gegen ein geringes Futter im Hause zu behalten, wenn sie nur auch hielt, was sie versprach. Also fragte er, »Willst du denn auch halten, Ratte, was du versprichst, wenn ich dich hier im Hause habe? Nichts annagen, nichts verderben, nichts naschen, mir keinerlei Schaden oder Schabernack tun, sondern immer nur an meinen Nutzen denken?« »Was ich verspreche, das halte ich auch«, sprach die Ratte sehr mürrisch. »Aber mein Schwanz lasse ich nicht schlecht machen, es ist ein schöner Schwanz.« »Ach, mit deinem Schwanz hat es die Hausfrau nicht bös gemeint, Ratte«, tröstete sie der Hausherr. »Meine Frau ist eben an ihre Rührlöffel und Staubpinsel gewöhnt, darum gefallen die ihr besser. Wenn ich dich aber hier behause und beköstige, Ratte, so musst du auch etwas dafür tun, in meinem Haushalt kann ich keinen faulen Fresser dulden.« »Tja, sage nur, was ich tun soll«, sprach die Ratte, die schon wieder ganz eingebildet wurde, als sie merkte, der Hausherr wollte sie doch behalten. »Was ein anderer tut, das kann ich auch tun.« »Nein, das wollen wir nicht so sagen, Ratte«, meinte der Hausherr lächelnd, »denn zu irgendwelcher nützlichen Arbeit bist du doch nicht zu gebrauchen, aber wie wäre das, Ratte? Ich sehe dich da ganz manierlich auf den Hinterbein sitzen, pfeifen kannst du auch, wie wäre es, Ratte, wenn du zur Belustigung der Kinder dann und wann ein bisschen tanzen und pfeifen würdest? Viel wäre das ja nicht, aber doch etwas.« Eigentlich war die Ratte schon wieder schwer beleidigt, dass sie, die kluge, alte, listige Ratte, tanzen und pfeifen sollte, damit die Kinder was zu lachen hätten. Aber sie dachte an ihr gefahrenreiches Leben im Stall, und da willigte sie denn ein. So machten die beiden den Vertrag, dass Friede herrschen sollte zwischen Hausherrn und Ratte. Der Hausherr aber bedingte sich aus, dass der Vertrag erst einmal auf Probe gelten solle, denn er traute der Ratte immer noch nicht ganz. Erst wenn sie sich eine Woche gut geführt und keinen Schaden gemacht hätte, sollte der Vertrag Gültigkeit bekommen und Mensch und Ratte auf ewige Zeit Freunde sein. So wurde denn der Ratte ein Kistchen mit Heu in die Küche gestellt, und darin sollte sie wohnen, und in der Küche sollte ihr Aufenthalt sein. Am ersten Tage gefiel es ihr dort auch sehr wohl, es war warm und trocken, es standen keine Fallen dort, kein Gift war zu fürchten, sondern in einem rein irdenen Schüsselchen stand immer ein wenig Futter für sie bereit, mal ein Kleckschen Kartoffelbrei mit zerlassener Butter, mal ein Gemüserestchen, in dem auch ein paar Stücke gebratenes Fleisch verborgen waren. Der Ratte gefiel es ausgezeichnet, und wenn die Kinder kamen und verlangten, sie sollte tanzen, so tat sie das auch gerne, und das störte sie gar nicht, wenn die Kinder lachten. Sondern sie sagte sich, ein bisschen Bewegung nach so viel Essen ist sehr gesund, und die Kinder sind ja noch dumm, sie können noch nicht verstehen, wie schön ich tanze. Am zweiten Tage war es schon nicht mehr so herrlich wie am ersten. Die Ratte schnupperte nur am Futternapf und sagte ohne Hunger, »Schon wieder Kartoffelbrei, die Leute kochen hier wohl alle Tage dasselbe.« Vor den Küchenfenstern war ein schöner, klarer, sonniger Wintertag, und die Ratte dachte mit einiger Sehnsucht daran, wie behaglich sie an solchen Tagen vor ihrem Loch am Stall in der Sonne gesessen und dann und wann einen kleinen, interessanten Spaziergang über den Misthaufen gemacht habe. »Ach ja, ach ja, solch stuben Leben ist auch recht schwer,« seufzte die Ratte und fing vor lauter Langweile an, ihr Wohnkästchen zu benagen. Aber die Hausfrau hörte das Knobbern, rief scharf, »Lass das Ratz!« und die Ratte musste es lassen. Sie lauerte aber darauf, dass einmal die Tür von der Küche zum Zimmer aufstünde, und als es so weit war, schlüpfte sie leise hinüber. Im Zimmer war keiner, und so konnte sich die Ratte, die sehr neugierig war, alles mit größter Genauigkeit ansehen. Sie kletterte auf den Tisch, und wo eine Schranktür offen stand, schlüpfte sie auch in die Schränke und betrachtete sich genau, was in den Schränken war. Sie kroch im Regal hinter die Bücher rein, kletterte an den Gardinen hoch und sah sich das Zimmer von oben an. Und hinter jedes Sofakissen schlüpfte sie auch. So ging sie von Zimmer zu Zimmer, und da war kein Bett, in das sie nicht gekochen wäre, keine Waschdüssel, die sie nicht als Schwimmbassin versucht hätte, kein Hausschuh, den sie nicht als Bett ausprobiert hätte. Die Hausfrau war eine sehr ordentliche Hausfrau, ihre Wohnung strahlte und blitzte nur so von Sauberkeit, aber das war es ja gerade, was der Ratte so missfiel. »Nein, was sind diese Dielen glatt und glänzend!«, sagte sich die Ratte, als sie über den Boden lief. »Da kann man ja ausrutschen!« »Hier müsste überall ein bisschen Stroh und Mist liegen, das wäre doch viel gemütlicher!« Und weil kein Stroh und Mist da waren, ließ sie wenigstens schnell ein Kläckschen fallen. Als sie hinter dem Sofakissen sah, meinte sie, »Außen ist es glatt und kühl, aber innen scheint es weich und mollig zu sein. Man müsste das Innerste nach außen kehren.« Und sie machte schnell ein Loch in den Bezug, freute sich, als die Federn herauskamen, und machte ein kleines Bett aus ihnen. »Such!«, sagte sie zufrieden. »Die Menschen haben auch gar keine Ahnung, wie man es sich gemütlich macht. Ich muss ihnen das erst einmal richtig zeigen.« Im Federlager war es der Ratte warm geworden. Sie sprang gleich in die nächste Waschschüssel und nahm ein kühles Schwimmbad. »Ei, was tut das gut!«, sagte sie. »Die Sauberkeit ist auch nicht zu verachten.« Und sie wälzte sich zum Abtrocknen in der Asche, die vor dem Ofen vom Heizen her in einer Schippe stand. Dann kroch sie in das nächste Bett. So hinterließ die Ratte überall Spuren ihrer Tätigkeit, aber sie dachte sich nichts Böses dabei. Sie war eben eine Ratte, kein Mensch, und vom Stall her war sie auch nichts Besseres gewohnt. Am Abend aber wurde die Ratte vor den Hausherrn gerufen und von der Hausfrau bitterlich verklagt. Da wurde alles erwähnt und nichts ausgelassen, von dem Kleckschen auf den Dielen an, über das Federlager bis zu der ekligen Aschespur im Bett. Die Hausfrau war sehr böse, und der Haushär machte ein ganz grimmiges Gesicht und fragte sehr finster, »Warum hast du das getan, Ratte? Du hast doch gelobt, mir keinen Schaden zu tun!« Die Ratte ließ Anklage, Zorn und Grimm ruhig über sich ergehen und antwortete ganz kaltblütig, dass sie doch nichts Böses im Sinne gehabt habe. Dies sei nun einmal so ihre Art, und von ihrer Art könne sie ebenso wenig lassen wie der Mensch von der Menschenart. Der Hausherr sah nun, dass die Ratte wirklich nicht aus Bosheit so gehandelt hatte, sondern allein aus Neugierde und ihren schlechten Stallgewohnheiten, und er bedachte, dass man sie darum nicht so ohne weiteres als Feindin zu den Schweinen zurückschicken könne. Er sagte aber trotzdem streng, »Habe ich dir aber nicht gesagt, du sollst nicht aus der Küche gehen!« Die Ratte lächelte listig und fragte den Hausherrn dagegen, »Und wer hat denn die Tür von der Küche zur Stube offen gelassen und alle anderen Türen auch? Ich bin neu hier im Haus und weiß nicht, wo die Küche aufhört und die Stube anfängt, wenn keine Wand dazwischen ist.« Über diese unverschämte Antwort musste der Hausherr fast lachen. Die Hausfrau aber, die die Türen offen gelassen hatte, lief vor Zorn ganz rot an und war von Stund an die erbitterste Feindin der Ratte. Die aber wurde nun noch einmal vom Hausherrn streng ermahnt, sich in der Art des Hauses zu schicken, nicht aus der Küche zu gehen und keinen Unfug zu machen, sonst könne es aus dem ewigen Vertrag nichts werden. Die Ratte versprach auch gehorsam und ging artig wieder in ihr Kistchen am Küchenherd, wo sie sich zusammenrollte und friedlich einschlief. Der dritte Tag kam, und an ihm erwies es sich, dass es nicht gut ist, in einem Hause die Hausfrau zur Feindin zu haben. Sie hatte nämlich noch nicht ihren Zorn auf die Ratte vergessen und setzte ihr bloß ein Wassersüppchen hin, ohne Saft und Kraft gekocht, aber mit sehr viel Salz gewürzt. Die Ratte kostete davon und fand, das Süppchen schmeckte abscheulich. Die Frau, die die Ratte am Futternopf sitzen, aber nicht fressen sah, sagte, »Schmeckt es nicht Ratz?« »Tja, für Nichtstuer und Schmutzmacher habe ich keine bessere Kost.« Die Ratte hörte am Ton der Rede und sah in den Augen der Hausfrau, dass sie böse war. Da erwachte die eigene Bosheit der Ratte, und sie sah auf eine List, wie sie die Hausfrau recht ärgern könne, ohne sich aber dadurch beim Hausherrn in Gefahr zu bringen. Als die Hausfrau nun von der Küche in die Stuben ging, dort reinzumachen, sprang die Ratte listig hinten an der Hausfrau hoch und hängte sich an ihr langes Schürzenband, ohne dass die Hausfrau etwas davon bemerkte. Sie machte die Küchentür recht schön fest zu, aber das half nichts, die Ratte hing fest am Schürzenband. Als die Hausfrau nun beim schönsten Fegen war, pfiff die Ratte hinten am Band wie eben Rattenpfeifen. Die Hausfrau fuhr herum, aber am Schürzenband fuhr die Ratte mit herum, und so bekam die Hausfrau keine Ratte zu sehen. »Hier hat doch eben eine Ratte gepfiffen!« sagte die Hausfrau und suchte, aber fand keine Ratte. Schließlich dachte die Hausfrau, sie habe sich geirrt, ergriff von Neuem den Besen und machte sich wieder ans Kehren. Gleich pfiff die Ratte zum zweiten Mal. Die Hausfrau lässt den Besen fallen, sucht umsonst. Sie denkt, die Ratte ist im Zimmer versteckt, läuft so schnell sie kann in die Küche am Schürzenband die Ratte ebenso schnell mit. Wie die Hausfrau die Küchentür aufmacht, lässt die Ratte das Schürzenband schnell los, huscht unter den Küchentisch durch und liegt schon im verstellten Schlaf in ihrem Kästchen, als die Frau hineinschaut. »Muss ich mich doch geirrt haben?« denkt die Frau. »Die Ratte schläft ja ganz friedlich.« Sie geht zurück an ihre Arbeit und die Ratte hängt schon wieder am Schürzenband. Sie ergreift den Besen, die Ratte pfeift. Sie lässt den Besen fallen und sucht, keine Ratte ist zu sehen. Kehrt wieder, wieder pfeift die Ratte. Sie rennt in die Küche, die Ratte schläft. So trieb es die listige Ratte an diesem Tage mit der Hausfrau und sie brachte sie ganz vom Sinn und Verstand. Bei dem ewigen Umherlaufen und Suchen wurde keine Arbeit getan, kein Zimmer gesäubert, kein Essen gekocht. Ja, die Ratte trieb zum Schluss ihre Frechheit so weit, dass sie vor den Augen der Hausfrau auf den Betten spazieren ging, lief die Frau dann aber in die Küche, hing die Ratte schon wieder in ihrem Bande und kam rechtzeitig in ihr Kästchen. Soll ich denn meinen eigenen Augen nicht mehr trauen dürfen? rief die Hausfrau und brach vor Ärger abgehetzt sein und Wut in Tränen aus. So fand der Hausherr sie und fragte ganz erstaunt nach der Ursache ihrer Tränen. Da berichtete ihm die Hausfrau, wie sie an diesem Tage ergangen sei, wie sie überall Ratten gehört und gesehen habe und wie sie vor lauter Rattenplage kein Essen habe kochen und kein Zimmer habe reinmachen können. Der Hausherr ahnte gleich, dass eine List der Ratte dahinter stecken müsste, aber er tat ganz freundlich, rief die Ratte aus ihrem Kistchen und fragte sie, wie sie den Tag verbracht habe. »Gut«, antwortete die Ratte, »ich habe den ganzen Tag in meinem Kistchen gelegen und geschlafen?« »Und du bist bestimmt nicht einmal aus deinem Kistchen hinaus und in die anderen Zimmer hineingegangen?« fragte der Hausherr. »Wie kann ich das?« fragte die Ratte dagegen, »wo du mir das so streng verboten hast.« »So«, sagte der Hausherr, »und wie erklärst du dir das, Ratte, dass die Frau überall, wo sie auch war, Rattenpfeifen gehört hat und Rattenlaufen gesehen hat?« »Das könne sie sich auf keine Weise erklären«, sagte die Ratte ganz frech. »Es müsse denn sein, dass die Hausfrau ihres schlechten Gewissens wegen immer an Ratten habe denken müssen, weil sie ihr nämlich statt der ausgedungenen Kost eine versalzene Wassersuppe hingestellt habe.« »Ob das so sei?« fragte der Hausherr nun seine Hausfrau. »Ob die Ratte heute nichts bekommen habe als ein Wassersüppchen?« Nun wurde die Hausfrau erst recht zornig. Erhitzt sagte sie, ob denn solch Wassersüppchen etwa nicht genug sei für eine Nichtstuerin wie die Ratte. Ein Süpplein aus Mehl und Wasser, wie man es sogar den Kranken mit ihren schwachen Magen gebe, und, was das Salz betreffe, so lieb ist der eine eben gesalzener als der andere, das nächste Mal werde sie die Ratte fragen, wie sie es am liebsten möge. Der Hausherr war in einer schlimmen Lage, fortschicken konnte er die Ratte nicht, denn ein Verbrechen gegen den Vertrag war ihr nicht nachzuweisen. Er sah aber auch, dass es zwischen Hausfrau und Ratte je länger, je schlechter gehen müsse, und schon jetzt hatte sein gutes Weib einen rechten Zorn auf das Tier, und er wollte ja auch nicht, dass seine Hausfrau in einem ewigen Ärger und Zorn umherlief. Kurz und gut, der Hausherr wäre die Ratte gerne wieder los gewesen aus dem Hause und wusste nur nicht, wie er es angehen sollte. Er sah darum auf eine List, die aber sehr fein sein musste, denn die Ratte war auch listig und durchtrieben. Als er darum um eine Weile nachgedacht hatte, fragte er die Ratte, »Sag, Ratte, hast du nicht scharfe Augen?« Die Ratte, die ja sehr viel von sich hielt, sagte, sie habe die schärfsten Augen von der Welt. »Und hast du nicht auch scharfe Zähne, Ratte?« fragte der Hausherr wieder. »Mit meins hin kann ich sogar Draht, Blech und Zement beißen,« sagte die Ratte stolz. »So will ich dir morgen zeigen, wie du mir in einer Sache helfen kannst,« sprach der Hausherr, »in der mir niemand helfen kann, als nur du allein.« Die Ratte versprach sehr geschmeichelt ihre Hilfe, und am nächsten Morgen, als die beiden gefrühstückt hatten und nicht nur eine salzige Wassersuppe, ging sie los. Sie stiegen aber gemeinsam auf den Boden, wo der Hausherr eine geräumige Äpfelkammer hatte, voll der schönsten Winteräpfel, aber ein wenig dämmerig. »Sieh einmal, Ratte,« sprach der Hausherr, »hier habe ich meine Äpfel liegen. Wie es aussieht, eine gewaltige Menge, von der man denkt, sie müsse bis Ostern reichen. Sie reicht aber nie so lange, das kommt daher, dass, während ich von Hause fort bin, Diebe an meine Äpfel gehen und den besten Teil mausen. Nun habe ich gedacht, du hast scharfe Augen, die selbst hier im Dämmern die Diebe wohl erspähen können, und du hast scharfe Zähne, mit denen du die Diebe am Ohr blutig zeichnen könntest, dass ich sie erkenne, wenn ich wieder nach Hause komme. Willst du nun hier für mich wache stehen, fleißig nach Dieben spähen und sie zeichnen, ein nach dem anderen, wie sie kommen?« So sprach er zur Ratte. In seinem Innern aber dachte er, der Ratte werde es schon leid werden, den ganzen Tag Posten zu stehen auf dem kalten, finsteren Boden, und ganz umsonst, denn der Hausherr wusste nichts von Äpfeldieben, das hatte er nur so gesagt. Die Ratte versprach, getreulich Wache zu halten. Aber auch sie war im Innern entschlossen, den Hausherr zu überlisten, der ja nicht aufpassen konnte, ob sie auch wirklich Wache stand. Als darum der Hausherr gegangen war, suchte sie sich erst mal einen schönen, rotbackigen Mürbenapfel aus und fraß das Beste von ihm. Danach ging sie auf dem Boden auf Entdeckungsreisen und fand auch richtig die Räucherkammer und roch den Speck und die Wurst darin. »Obst kost allein, schlägt zu sehr durch«, sprach sie bei sich, nagte ein Loch in die Tür und tat sich an Wurst, Speck und Schinken gütlich. Als sie gerade beim besten Schmausen war, hörte sie ein leises Schleichen draußen auf dem Boden und als sie durch das Nagelloch in der Tür spähte, sah sie die Hauskatze, die draußen auf Mäusejagd war. Nun hatte die Ratte einen rechten Hass auf die Katze, denn Ratten und Katzen sind Feinde von Urbeginn an. Die Katze aber war schon ziemlich alt und bequem und legte keinen Wert mehr auf einen Kampf gegen die scharfen Zähne der alten Ratte. Also bekam die Katze einen gewaltigen Schreck, als die Ratte mit dem Rufe »Weg, du böser Apfeldieb« auf sie einsprang. Und als die Ratte sie nun gar mit ihren scharfen Zähnen ins Ohr biss, durch das Blut lief, rannte sie kläglich miau-schreiend die Bodentreppe hinunter und stieß in ihrer Angst noch fünf Geraniumtöpfe um, die auf dem Boden im Winterquartier standen. Die Ratte aber ging sehr zufrieden in die Räucherkammer zurück, fraß noch ein tüchtiges Loch in den Presskopf, der dort hing, und suchte sich dann eine bequeme Schlafstätte auf einem Dachbalken in der Apfelkammer. Als sie nun da so schön, recht behaglich und gut satt im Einschnummern lag, hörte sie einen leichten Schritt vorsichtig die Treppe heraufkommen. Gleich setzte sie sich auf, spitzte die Ohren und wartete begierig, wer das wohl sein würde. Es war aber niemand anderes als der Sohn des Hausherrn, der gerade jetzt vor dem Mittagessen, aber nach der Schule, einen kräftigen Hunger auf Äpfel verspürte, die ihm doch zwischen den Mahlzeiten verboten waren. Ahnungslos schlich der Junge in die Äpfelkammer. Schwupp, saß ihm die Ratte auf der Schulter und schlug ihm mit ihren langen gelben Zähnen in das Ohr, das es blutete, und er schreiend nach unten lief. Die Ratte aber legte sich wieder hin und schlief gut durch und nicht weiter gestört bis zum Abend. Am Abend musste der Hausherr wiederum Gericht halten. Er tat's mit Seufzen. Seit die Ratte im Haus war, gab's nur noch Streit und Unordnung, und doch war sie nicht loszuwerden. Die Katze hatte ein zerschlitztes Ohr und der Junge ein geritztes, aber dafür verlangte die Ratte noch Lob, hatte sie doch die Äpfel gegen die Diebe verteidigt. Fünf Geraniumtöpfe waren zerbrochen, dafür konnte die Ratte aber nichts, das hatte die Katze getan. In der Räucherkammer waren Wurst, Speck und Schwartenmagen angefressen, davon wusste die Ratte aber nichts. In einem Haus, in dem es Apfeldiebe gab, konnte es ja auch Wurstdiebe geben. Der Hausherr mochte es drehen und wenden, wie er wollte, er konnte der Ratte keine Standtat nachweisen und sie darum auch nicht wegschicken, und morgen war schon der fünfte Tag der siebentägigen Probezeit, gelang es ihm, in diesen sieben Tagen nicht die Ratte fortzuschicken, musste er sie für immer und ewig als Freundin im Hause behalten. Und davor grauste dem Haushahn und der Hausfrau grauste noch viel mehr davor. Als nun der fünfte Tag herangekommen, sprach der Hausherr zur Ratte, »Komme mit mir, Ratte, du sollst noch einmal auf Diebe aufpassen, da du dich gestern so gut bewährt hast.« Es ging dieses Mal aber nicht hinauf zur Äpfelkammer und zum Speck, worauf die Ratte sich schon gefreut hatte, sondern hinunter in den dunklen, feuchten Keller. Dort stand eine Siruptonne und der Hausherr sprach zur Ratte, »Setze dich hier neben die Tonne und passe fein auf, ob die bekommen. Geh mir aber nicht an den Sirup, Ratte, du bekommst von uns deine Kost und darfst nicht naschen.« Damit schloss der Hausherr die Kellertür ab, damit die Ratte nur nicht hinaus könnte und Unfug stiften, stieg dann die Kellertreppe empor und pfiff vergnügt ein Lädchen. Er dachte aber bei sich, »Die Ratte hält es bestimmt den Tag über nicht aus, ohne an den süßen Sirup zu gehen. Der Sirup aber klebt, im Keller ist kein Wasser, ihn abzuwaschen, so erwische ich sie heute Abend als Diebin, kann sie aus dem Haus jagen und bin sie für immer los.« Die Ratte indessen saß ganz trübselig im Keller und dachte, »Das ist wirklich ein trübseliges Geschäft. Die Wände sind aus Stein, und die Tür hatte abgeschlossen. Wie können da Diebe hereinkommen?« »Er will mich nur verführen, dass ich an den süßen Sirup gehe, aber das tue ich nicht und müsste ich zwei Jahre hier unten sitzen.« Damit legte sie sich in eine Ecke und schlief ein. Als sie aber ausgeschlafen hatte, fühlte sie großen Hunger. Sie lauschte und hörte, wie es immerzu pripp-pripp-pripp machte. Das war der Sirup, der langsam aus dem Hahn in das Blechschälchen tropfte, denn der Hahn schloss nicht ganz fest. »Riechen könnte ich einmal an dem Sirup,« dachte die Ratte. »Davon werde ich nicht klebrig.« Also ging sie hin und roch. Sie fand, der Sirup roch süß, und ihr Hunger wurde noch größer davon. Sie sah aber auch, dass die Schale fast vollgetropft und nah am Überlaufen war. »Wenn der Hahn nur ein bisschen stärker tropfte,« überlegte die Ratte, »würde die Schüssel überlaufen.« »Der Sirup renne dann auf den Boden, und ich könnte nichts dafür, wenn ich klebrig würde.« Lief die Ratte also am Fass hoch auf den Hahnstutzen und drückte gegen den Hahn. »Bums«, war der Hahn ganz zu, und der Sirup tropfte nicht mehr. »Nein,« »so was«, dachte die Ratte verblüfft, »das habe ich mir ja nun ganz anders gedacht.« Und sie drückte nochmals gegen den Hahn und kräftig auch, und »bums«, flog der Hahn ganz raus, der Sirup strömte aus dem Fass, lief über die Schüssel und durch den Keller. »Nein,« »so was«,« dachte die Ratte, »das habe ich mir ja nun ganz anders gedacht.« In dem füllte sie ein Kribbeln an ihrem langen Schwanz, der vom Stutzen auf die Erde häng, und als sie zusah, merkte sie, dass dies Kribbeln vom Sirup kam, der über den Kellerboden lief. »Das ist gar nicht so schlecht,«, dachte die Ratte, zog den Schwanz hoch und leckte ihn ab, passte dabei aber fein auf, dass sie sich nicht klebrig machte. »Ei, schmeckt das süß,« rief sie erfreut. »So kann das immer weitergehen.« Und sie tunkte den Schwanz immer wieder in den fließenden Sirup, passte aber gut auf, dass kein Herrchen ihres Fälles klebrig wurde. Als der Hausherr nun am Abend wohlgemut die Kellertür aufschloss und dachte, »Heute hab ich die Ratte reingelegt,«, rutschte er beim ersten Schritt im Keller in den klebrigen Sirup so aus, dass sie sich mit Gewalt in den spritzenden Sirup niedersetzte. »Was ist das?« schrie er mit drohender Stimme. »Das ist Sirup, Hausherr,« antwortete die Ratte ganz kaltblütig. »Wie kommt der Sirup aus meinem Fass auf den Kellerboden?« brüllte der Hausherr mit fürchterlicher Stimme. »Ratte, jetzt muss ich dich gewisslich ermorden!« »Du kannst mich ja nicht ermorden,«, Hausherr,« sprach die Ratte darauf mit feiner und freundlicher Stimme. »Sieh doch mein Fählchen an! Kein Tröpfchen Sirup klebt an einem Härchen. Allezeit bin ich deine gehorsame Freundin gewesen. Bin ich doch sogar, um dir nicht zu schaden, hier auf das Fass geflüchtet, du aber setzt dich mit aller Gewalt in den Sirup und verdirbst viel von dem teuren Saft.« Der Hausherr kam fast um vor Wut, und doch konnte er nichts gegen das vorbringen, was die Ratte sagte. Kein Härchen war vom Sirup verklebt, und ihre Füße waren völlig rein. »Wie aber kommt der Zapfen aus dem Fass, Ratte?«, fragte er schon mit schwächerer Stimme. »Wie kann ich das wissen, Hausherr?«, fragte die Ratte mit unschuldiger Stimme. »Ich bin ja eine Ratte, kein Zapfen.« Erst hat er immerzu getropft, aber dann ist ihm das Tropfen wohl zu langweilig geworden, und er ist herausgesprungen. »Vielleicht fragst du einmal den Zapfen, Hausherr?« Der Hausherr sah die Ratte böse an, schwieg jetzt aber. Er merkte wohl, dass sie ihn bloß verhöhnte, aber er konnte ihr nichts beweisen, und so trug er sie schweigend aus dem Keller in ihr Kistchen am Küchenherd. Dort forderte sie gleich Frechfutter, und sie fraß so viel, dass der Hausherr wieder ganz zweifelhaft wurde und dachte, »vielleicht hat sie doch die Wahrheit gesprochen und nicht von dem Sirup genoscht. So viel könnte sie doch sonst nicht fressen.« Das wurde ein trauriger Abend in der Familie, ein Fass Sirup ausgelaufen und verdorben, der Anzug des Hausherrn verschmutzt und verklebt und dazu die Aussicht, die Ratte ständig im Hause als Freundin zu haben. Lange noch lag der Hausherr wach und überlegte und beriet mit der Hausfrau, wie sie die Ratte loswerden könnten. Aber gar nichts wollte ihnen einfallen. Und morgen war schon der sechste Tag und dann kam der siebente und ging auch der gut für die Ratte aus, so blieb sie für ewige Zeiten als Freundin im Haus. »Ich halte das nicht aus! Ich will das olle, eklige Tier nicht immer im Hause haben!« weinte die Hausfrau. »Puss auf, Frau!« tröstete der Hausherr. »Morgen fangen wir gar nichts mit der Ratte an, wir kümmern uns einfach nicht um sie. Dann hält sie es vor langer Weile nicht aus, macht irgendein Unfug und wir können sie zurückschicken in den Stall.« Damit schliefen die beiden ein. Die Ratte in der Küche aber schlief nicht, sondern sie rannte wie eine Wilde um den Küchentisch herum, immer herum, immer herum, ihre Ohren flogen, ihre Brust keuchte, ihr Herz klopfte wild und den Schwanz hielt sie weit vom Leibe abgestreckt. »Ich will doch sehen! dachte sie beim Laufen, ob ich nicht so schnell rennen kann, dass ich mit meiner Nase meine Schwanzspitze einhole.« So trieb sie es die ganze Nacht, rannte immer doller, bis sie am Morgen halbtot vor Müdigkeit in ihr Schlafkistchen kroch. Ihre Schwanzspitze hatte sie zwar nicht eingeholt, so dumm war sie auch nicht, dass sie geglaubt hätte, das ginge, aber herrlich müde war sie geworden. Und so verschlief sie den ganzen sechsten Tag, ohne auch nur ein einziges Mal aufzustehen. Das hatte sie auch gerade gewollt, und darum hatte sie sich so müde gelaufen, denn auch sie hatte daran gedacht, dass ihre Probezeit zu Ende ging. Sie wollte nicht wieder als Feindin in den Stall geschickt werden, sondern lieber als Freundin, wenn auch als Falsche, im Hause bleiben, und gab sich darum alle Mühe, erst einmal keinen Unfug zu stiften. Lieber verschlief sie den ganzen sechsten Tag. Nun kam also der siebente und letzte Probetag heran, und gerade an diesem Tage hatte keiner Zeit, sich um die Ratte zu kümmern, denn an diesem Tage war großes Schweineschlachten auf dem Hofe, und da hatten alle so viel mit Laufen und Brühen, mit Abstechen und Blutrühren, mit Schrapen und Putzen zu tun, dass kein Mensch an die Ratte auch nur dachte. Sie hätte überall naschen können, sie hätte in den Betten schlafen und in die Teppiche Löcher fressen können, kein Mensch hätte sich danach umgesehen. Aber die Ratte tat nichts von alledem, sondern sie war neugierig und lief überall mit. Und als die drei fetten Schweine aus dem Stall geführt und abgestochen wurden, war sie genauso aufgeregt wie die Menschen. Überall musste sie dabei sein und alles musste sie sehen und riechen und schmecken und dies war nun wirklich ein Tag für sie, an dem sie überhaupt nicht an Schaden stiften und Bosheit dachte. Als aber die Schweine zugehauen wurden, machte sich eins von den Mädchen den alten Spaß, stahl sich den Schweineschwanz und steckte ihn dem Hausherrn mit einer Nadel unbemerkt hinten an die Jacke. Bald merktens die Kinder und als sie den Vater da so über den Hof laufen sahen und hinten baumelte ihm vergnüg das nackte kahle Schweineschwänzchen da fingen sie an zu lachen und alle fingen sie an zu singen Vater hat nen Schweineschwanz Pfui Pfui Schweineschwanz Das kleinste Kind aber das noch ganz dumm war fing an zu weinen und rief Vater soll den hässlichen Schwanz abmachen Vater sieht aus wie die Ratte oller hässlicher nackter Rattenschwanz und die Kinder sang nun lachend Vater hat nen Rattenschwanz Pfui Pfui Rattenschwanz ollen hässlichen Rattenschwanz Das hörte die Ratte und weil die Ratte ja sehr eitel ist und ihren Schwanz sehr schön findet und je länger er ist und je nackter ist umso schöner finden Ratten so ein Schwanz so lief sie zornig herbei und schrie wütend wollt ihr wohl gleich still sein ihr alten bösen Kinder wir Ratten haben die allerschönsten Schwänze von der Welt unbekümmert aber sang die Kinder Rattenschwanz Pui Pui Rattenschwanz Pui Oller Rattenschwanz Da wusste sich die Ratte nicht mehr verzornt zu lassen sondern sie fuhr los auf die Kinder und fauchte und biss nach ihnen Die kleineren von den Kindern fingen an zu weinen die größeren aber sagen nun erst recht Rattenschwanz Pui Pui Rattenschwanz Von dem Lärm angelockt kam der Hausherr herbei und fragte ärgerlich Ratte was tust du denn da warum beißt du meine Kinder da fauchte die Ratte wütend sie sollen nicht singen nackter Rattenschwanz aber dein Schwanz ist doch nackt Ratte sprach der Hausherr sie können doch nicht singen hauriger Rattenschwanz aber du hast keinen Rattenschwanz am Rock schrie die Ratte voller Zorn das ist ein Schweineschwanz der Hausherr fasste lachend nach hinten fischte sich den Schweineschwanz machte ihn ab sah ihn an und sprach freilich ist das ein Schweineschwanz aber sie sind alle beide nackt und hässlich der Schweineschwanz wie der Rattenschwanz was kreischte die Ratte mein Schwanz ist hässlich aber du hast doch am ersten Abend gesagt Hausherr die Hausfrau hätte das nicht so gemeint die Wahrheit zu sagen Ratte sagte der Hausherr der merkte wie er die Ratte nun noch am siebenten Probetage loswerden konnte habe ich das nur aus Höflichkeit gesagt je länger ich deinen Schwanz anschaue umso abscheulicher finde ich ihn ja ich muss gerade heraus sagen dein Schwanz sieht aus wie ein nackter nasser blinder Regenwurm Regenwurm lachten die Kinder Rattenschwanz Regenwurm nackter blinder Regenwurm da konnte sich die Ratte vor Wut nicht mehr halten wenn ihr meinen herrlichen Schwanz nicht schön findet rief sie so will ich auch eure Freundin nicht sein nein eure ewige Feindin will ich sein mit Nagen Naschen Verderben Beschmutzen will ich den Menschen immer zu Schaden tun so viel ich nur kann mit diesen Worten fuhr sie an dem Hausherrn hoch bis ihm kräftig in die Nase das erschrie dann aber sprang sie mit einem Satz in den offenen Schweinestall und verkroch sich gleich in ihren alten Gängen denn der Hausherr und die Kinder stürmten nach ihr um sie zu erschlagen gleich wurden wieder Fallen und Gift aufgestellt die Kinder aber sangen dabei Rattenschwanz Pui Pui Rattenschwanz Oller Nackter Rattenschwanz Regenwurm I geht So ist es denn nichts geworden mit der Freundschaft zwischen dem Menschen und der Ratte Für immer findet der Mensch die Ratte abscheulich und stellt ihr nach wo er sie nur sieht und die Ratte hasst den Menschen und tut ihm immer noch mehr Schaden durch Verderben und boshaftes Verschmutzen als durch ihr Fressen Geschichte vom Mäuseken Wackelohr In einem großen Stadthaus wohnte einmal ein Mäuseken ganz allein das hieß Wackelohr Als Kleines war es einst von der Katze überfallen worden und dabei war ihm das Ohr so zerrissen dass die Maus es nicht mehr spitzen sondern nur noch damit wackeln konnte Darum hieß sie Wackelohr Und dieselbe alte böse Katze hatte ja auch alle Brüder und Schwestern und die Eltern gemordet und deshalb wohnte sie so allein in dem großen Stadthaus Da war es sie oft sehr einsam und sie klagte dass sie so gerne ein anderes Mäuseken zum Spielgefährten gehabt hätte am liebsten einen schönen Mäuserich aber aber von dem Klagen kam keiner und Wackelohr blieb allein Als nun einmal alles im Hause schlief und die böse Katze auch saß Wackelohr in der Speisekammer nagte an einem Stück Speck und klagte dabei wieder recht jämmerlich über die große Verlassenheit Da hörte sie eine hohe Stimme die sprach Was bist du doch für ein dummes blindes Mäuseken Du brauchst ja nur aus dem Fenster zu schauen und sie ist den hübschesten Mäuserich der Welt Dazu geht es ihm auch noch wie dir Er ist ebenso allein wie du und sehnt sich herzlich nach einem Mäuse Fräulein Wackelohr guckte hierhin und Wackelohr guckte dahin Wackelohr sah auf den Speckteller und unter den Tellerrand aber Wackelohr erblickte niemanden Schließlich sah es zum Fenster hinaus Dort drüben war nun ein anderes großes Stadthaus mit vielen Fenstern die in der Abendsonne glitzerten und kein Mäuserich war zu erblicken Da rief Wackelohr ganz ungeduldig Wo bist du denn die mit mir spricht und wo ist denn der schöne Mausejunge von dem du erzählst rief die hohe Stimme bist du aber eine blinde Maus schau doch einmal hoch zur Decke ich sitze ja gerade über dir das Mäuseken sah hoch und richtig gerade über seinem Kopf saß eine große Ameise und funkelte es mit ihren Augen an Und wo ist der Mäuserich fragte das Mäuseken gespannt die große Ameise Der sitzt doch gerade dir gegenüber in der Dachrinne und lässt den Schwanz auf die Straße hängen sagte die Ameise Wackel Wackeloor sah hinaus und wirklich da saß drüben in der Dachrinne ein schöner Mäusejunge mit einem kräftigen Schnurrbart ließ den Schwanz über die Rinne hängen und sah die Straße auf und ab Warum sitzt er denn da du Ameise fragte Wackeloor Er kann doch fallen und dann ist er tot Nun er langweilt sich wohl so ganz allein antwortete die Ameise Da schaut er ein bisschen aus ob er ein Mäuseken auf der Straße sehen kann Wackeloor bat Ach liebe Ameise sag mir weg schenken Die Ameise strich sich nachdenklich ihren kräftigen Unterkiefer mit den beiden Vorderbeinen juckte sich mit den Hinterbeinen am Po und sprach Dein Speck will ich gar nicht Ich esse lieber Zucker und Honig und Marmelade Und einen Weg zu dem Mäuserich weiß ich auch nicht für dich Ich gehe immer durch das Schlüsselloch und dafür bist du doch zu groß Wackeloor bat und bettelte und schließlich versprach die Ameise sich bis zum nächsten Abend zu überlegen wie Wackeloor zu ihrem Mäuserich kommen könnte Am nächsten Abend traf Mäuseken die Ameise wieder in der Speisekammer und fragte sie sehr eifrig ob sie nun wohl einen Weg wisse Vielleicht weiß ich einen Weg sagte die kluge Ameise aber ehe ich dir den sage musst du mir ein Zuckerbonbon schenken ach rief Wackeloor klagend woher soll ich denn den nehmen der einzige Zuckerbonbon von dem ich weiß liegt auf dem Nachttisch von der Hausfrau den lutscht sie immer wenn sie morgens aufwacht damit der Tag ihr gleich süß schmeckt nun so hole den doch sagte die Ameise ganz kalt blütig den kann ich nicht holen rief das Mäuseken traurig in dem Schlafzimmer schläft auch die alte böse Katze die meine Eltern und Brüder und Schwestern geholt hat wenn die mich hört mordet sie mich bestimmt das musst du wissen wie du es machst sagte die Ameise ganz ungerührt bekomme ich den Bonbon nicht erfährst du den Weg nicht zu deinem Mäuserich da half Wackelohr kein bitten und kein weinen und kein flehen ohne den Bonbon wollte die Ameise ihr nichts sagen also ging Mäuseken auf seinen leisesten Pfoten aus der Speisekammer in die Küche und aus der Küche in das Esszimmer und aus dem Esszimmer in das Arbeitszimmer und aus dem Arbeitszimmer auf den Flur auf dem Flur aber machte es seine Pfoten womöglich noch leiser und wutschte sachte sachte still in das Schlafzimmer in dem Schlafzimmer war es für Menschen Augen ganz dunkel weil die Vorhänge zugezogen waren aber Mäuse haben Augen die besonders gut im Dunkeln sehen können und so sah Wackelohr denn dass oh Schreck ihre Feindin die Katze nicht schlief sondern sie lag auf einem schönen Kissen gerade vor dem Bett an dem das Mäuseken vorbei musste wenn es zu dem Nachttisch mit dem Bonbon wollte dehnte und streckte sich und leckte das Maul als wäre sie noch sehr hungrig da konnte Mäuseken nicht anders sie musste vor Schreck quieten sprach die Katze hier ist wohl eine Maus im Zimmer ich dachte ich hätte alle Mäuse in diesem Hause längst tot gemacht nun wenn noch eine Maus da ist werde ich sie gleich haben und sie streckte sich um aufzustehen da bat das Mäuseken in seiner Angst den Stuhl unter dem es saß ach lieber Stuhl knarre doch ein wenig dann denkt die Katze es ist nur Stuhl knarren und kein Mäuse quicken und der Stuhl tat dem Mäuseken den gefallen und knarrte ein wenig die Katze aber legte sich wieder hin und sprach ach so es hat bloß ein Stuhl geknarrt ich dachte schon es wäre eine Maus aber wenn es bloß ein Stuhl ist kann ich ja ruhig schlafen und damit streckte die Katze sich aus und schlief ein was sollte Wackelor nun tun so direkt an der bösen Feindin vorbei zum Nachtisch gehen ja dazu fehlte ihr der Mut sie fürchtete sie würde vor Angst mit ihren Nägeln auf den Fußboden klappern und damit die Katze aufwecken den Bonbon aber musste sie kriegen sonst erfuhr sie den Weg zum Mäuserich nicht da beschloss Wackelor über das Bett zu laufen und vom Kopfkissen auf den Nachtisch zu klettern das war wohl nicht so gefährlich denn in dem Bett schlief die Hausfrau und Menschen sind für Mäuse lange nicht so schlimm wie die Katzen weil sie nicht so schnell wie die Katzen sind und weil sie auch viel fester als Katzen schlafen Wackelor machte sich also auf den Weg zuerst kletterte sie am Bettbein hoch wobei sie sich mit ihren Krallen sehr festhalten musste dann sprang sie ins Bett da hatte sie nun auf der Decke und Kissen eine sehr weiche Straße wo die Krallen nicht klappern konnten sie lief eilig voran weil sie aber so eilig lief passte sie nicht auf und so kitzelte sie mit ihrem langen schwanze die Hausfrau gerade unter der Nase die musste niesen wachte auf meinte es sei die Katze gewesen die schon manchmal ins Bett gesprungen war und rief gehst du weg alte Katze davon erwachte die Katze meinte sie sei gerufen und sprang mit einem Satze ins Bett darüber wurde die Hausfrau erst recht ärgerlich schlug nach der Katze und rief mach dass du fortkommst Störenfried die Katze aber verstand nicht warum sie erst gerufen wurde und nun wieder nicht kommen sollte und nun gar geschlagen wurde und sie miaute zornig davon wachte der Hausherr im Bett daneben auf und rief ist die ungezogene Katze schon wieder im Bett na warte euch und er sprang auf machte Licht ergriff einen Pantoffel und fing an nach der Katze zu schlagen die jämmerlich schrie bei all dem Geschrei und Gespringe und Geschlage und Miaue hatte Wackelohr längst den Bonbon ins Maul genommen war vom Nachttisch gesprungen und durch die offene Tür wieder hinaus gewutscht da saß sie hörte sich den Lärmann und freute sich dass ihre böse Feindin Schläge bekam siehst zum Lohn für alle ihre Mühe den Weg zu ihrem schönen Mäuserich wissen der ist ganz einfach sprach die Ameise du weißt doch oben auf dem Dachboden hält der Hausherr sich Tauben die den ganzen Tag frei ein und aus fliegen so viel sie nur wollen bitte eine der Tauben dich auf ihrem Rücken mitzunehmen das sind freundliche Vögel sie werden es schon tun dies schien dem Mäuseken ein guter Rat und gleich schlüpft es die Treppe hinauf in den Taubenschlag auch die Ameise ging eilens heim denn sie wollte rasch alle ihre Schwestern zusammen rufen damit jede noch vor morgen ein Stücklein Bonbon heim trug ruck die kuck ruck die kuck schwatzten die Tauben noch in ihrem Schlag obwohl es schon ganz dunkel war sie besprachen sich wohin sie am nächsten morgen fliegen wollten um Futter zu suchen es war die Frage ob man sie bekam denn dort trieb ein großer gelber Kater sein Unwesen der gar zu gerne Taubenbraten aus gucke die ruck sagten die tauben mit den Katzen wird es schlimmer und schlimmer dass die Menschen solch wilde Tiere überhaupt noch dulden das sage ich auch sprach die Maus höflich unter der Tür mich hätte heute Abend auch beinah die Hauskatze erwischt hätte nicht ein Stuhl freundlich für mich geknarrt das angstvolle Leben in diesem Hause ist mir ganz leid will nicht eine von euch so freundlich sein mich morgen früh auf ihrem Rücken zum Hausdach drüben zu tragen riefen die Tauben erschrocken ein Dieb ist im Schlag sicher will er uns listig betören und nachher unsere Eier austrinken aber das Mäuseken redete ihnen gut zu dass es keine böse Absicht auf die Eier habe Eier auch gar nicht essen möge sondern nur darum bitte auf einem Taubenrücken zur anderen Straßenseite getragen zu werden rocke rocke die guck sagten die Tauben da wenn es so ist und du unseren Eiern nichts tust so wollen wir dir wohl gefällig sein aber jetzt ist es schon spät die Schlagtür ist zu komm morgen mit dem frühsten wieder rocke die guck da bedankte sich das Mäuseken Wackeloher höflich und ging in seinem Loch unter dem Küchenschrank schlafen es träumte aber die ganze Nacht von dem schönen Mäuserich unterdessen hatte die Katze ihre Keile bekommen und war vor die Schlafzimmertür gesetzt worden zur Strafe weil sie der Hausfrau ins Bett gesprungen war da saß sie nun und ärgerte sich gewaltig und alle Glieder taten ihr weh ich bin der Hausfrau doch nicht mit meinem Schwanz ins Gesicht gefahren wie sie gescholten hat sagte die Katze immer wieder zu sich wer kann das bloß gewesen sein da fiel ihr ein wie sie erst einem Maus piepen gehört dann aber gemeint hatte es habe nur ein Stuhl geknarrt vielleicht war es doch eine Maus die mir diesen Streich gespielt hat dachte sie ich will doch einmal im ganzen Hause nachsehen ob ich eine Spur von ihr finde damit ging sie auf sachten sammelpfoten los und ließ ihre großen grünen Augen leuchten wie Laternen dass sie trotz der dunklen Nacht alles sehen konnte sie saum jede ecke roch unter jeden schrank und als sie unter den küchenschrank roch sprach sie ich finde hier riecht es mäusisch aha wie gut riecht es doch komm heraus kleine Maus wir wollen zusammen tanzen aber die Maus hörte die böse Katze nicht die sie auch nur fressen wollte Wackeloa schlief fest in ihrem Loch und träumte von ihrem Mäuserich so ging die Katze betrübt weiter als nichts auf ihre falschen Lockreden kam und gelangte in die Speisekammer in der Speisekammer aber war ein großes Getriebe und Gelaufe von vielen tausend Ameisen die ihr Stück von dem roten Bonbon abbeißen wollten da machte die Katze ihre Stimme grob und schallt was ist denn das hier für ein Gelaufe und Geschmatze mitten in der ruhigen Nacht wo doch alles schlafen soll gleich macht die Räuber dass ihr fort kommt die Ameisen aber hatten keine Angst vor der Katze denn die Katzen fressen keine Ameisen weil die Ameisen sauer schmecken und die Katzen lieben das süße das wissen die Ameisen riefen sie darum du alte große Katze du läufst ja auch mitten in der Nacht herum statt zu schlafen da dürfen wir es wohl auch tun bei mir ist das eine andere Sache sprach die Katze streng ich bin vom Hausherrn als Nachtwächter bestellt dass ich keine Riebe einschleichen was ist denn das für ein roter Bonbon in den ich euch da beißen sehe mir scheint der ist gestohlen rief die kluge Ameise der Bonbon gehört mir den hab ich für einen guten Rat bekommen der Bonbon gehört auf den Nachttisch der Hausfrau sprach die Katze noch strenger gleich sagst du mir wie ihn dir gegeben hat sonst nehme ich ihn dir weg wenn du mir aber die Wahrheit sagst sollst du ihn behalten dürfen da wurde es der klugen Ameise um den schönen Bonbon Angst und sie verriet das Mäuseken und erzählte alles was sie wusste die Katze aber wurde ganz aufgeregt denn sie verstand nun dass es das Mäuseken war dem sie ihre Tracht Prügel zu verdanken hatte und sie war sehr eifrig die Ameise auszufragen der sich die Katze auch mühte, streckte und dünn machte, der Spalt zwischen Schrank und Boden war zu klein, sie konnte nicht darunter kommen. »Was machen wir nun?«, fragte die Katze ärgerlich. »Kriegen muss ich die Maus, und sollte ich einen ganzen Topf meiner süßen Schleckermilch dafür geben.« »Lässt du uns alle morgen früh von deiner süßen Schleckermilch trinken?«, sprach die kluge Ameise. »So wüsste ich schon einen guten Rat.« Da versprach die Katze dies der Ameise hoch und teuer, und so sagte die Ameise, »Wir wollen eine meiner Schwestern schicken, damit sie das Mäuschen ins Ohr beißt. So wird es einen Schreck bekommen, hervorlaufen, und du hast es.« Wie gesagt, so getan. Die Ameise wurde ausgeschickt, die Katze aber setzte sich sprungbereit vor den Schrank und ließ ihre Augen mit voller Kraft leuchten, damit es auch hell genug wäre und sie die Maus gleich sähe. Sie warteten eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, sie warteten noch länger, und schließlich kam unter dem Schrank hervor die ausgesandte Ameise. »Ihm, du Faule!«, rief die kluge Ameise wütend, »hast du denn die Maus nicht erwecken können? Besitzt du denn gar keine Kraft mehr in deinen Beißkiefern und keine Säure in deinem Leib, dass du eine jämfliche Maus nicht aus ihrem Schlafe zwicken und zwacken kannst?« Die Ameise aber berichtete, dass sie nach Kräften, Gebissen und Säure gespritzt habe, die Maus aber sei nicht aufgewacht. Da wurden andere Ameisen ausgeschickt, sie alle aber gingen umsonst. Das Mäuseken wachte nicht auf. Das kam aber daher, dass die Maus in ihrem Loch auf der Seite schlief, so dass sie nur an ein Ohr herankonnten. Das Ohr aber, das oben lag, war das Ohr, das die Katze einmal bei ihrem mörderischen Überfall zerbissen und zerrissen hatte, wovon das Mäuseken ja auch Wackelohr hieß. In diesem Ohr hatte die Maus gar kein Gefühl mehr, und die Ameisen konnten beißen, so viel sie nur wollten. Wackelohr spürte nichts, sondern träumte ruhig weiter von ihrem Mäuserich. Schließlich ging die kluge Ameise selbst, aber sie konnte auch nicht mehr verrichten als die anderen und ging umsonst. Da kam sie wieder und sprach zu der Katze, »Das Mäuseken lässt sich nicht wecken noch rühren, so viel man auch beißt. Aber ich weiß einen anderen Rat. Gibst du uns von deiner süßen Schleckermilch, wenn ich ihn dir sage?« Die Katze antwortete, »Wenn ich die Maus kriege, sollt ihr Süße mich schleckern dürfen, so viel ihr wollt.« Damit war die Ameise zufrieden und sagte, »Morgen mit dem Frühsten wird das Mäuseken in den Taubenschlag gehen, um auf dem Taubenbrücken zum Mäuserich zu fliegen. Lege dich nur auf die Lauer und fang sie ab, so hast du sie.« »Das ist ein guter Rat«, sagte die Katze. »Ich muss die Maus aber noch vor dem Schlag fassen, denn in den Taubenschlag einzutreten, hat der Hausherr mir streng verboten, und schlägt mich wohl tot, wenn er mich bei seinen geliebten Tauben erwischt.« »Nun, du hast ja alle Zeit, die Maus auf der Treppe zu fangen«, sprach die Ameise. »Gute Nacht«, und damit gingen sie zur Ruhe. Die Katze suchte sich ein schönes Kissen auf einem Sofa und schlief ein. Die Ameise aber setzte sich auf die Treppe, damit sie die Katze gleich am frühen Morgen an die versprochene Schleckermilch erinnern könnte. Am frühesten erwachte diesen Morgen der Hausherr und stieg gleich auf den Dachboden, seinen lieben Tauben den Schlag zu öffnen, damit sie draußen sich ihr Futter suchen könnten. Weil er seine Augen aber im Kopf und nicht außen auf den Schuhen hatte, sah er die kluge Ameise nicht, die auf der Stufe schlief und trat sie auf den Leib. »Hie«, sagte die kluge Ameise und war tot. Und damit hatte sie ihre Strafe weg, dass sie das Mäusekinn an die böse Katze verraten hatte. Der Hausherr hatte gar nichts davon gemerkt, machte den Schlag auf, und alle seine Tauben flogen bis auf eine, die unruhig umherlief und gürte. »Rucketiguck, wo bleibt die Maus? Rucketiguck, ich möchte hinaus!« Der Hausherr, der Gurn nicht verstand, fragte verwundert, »Was ist dir?« In dem kam schon die Maus mit fliegenden Beinen angesaust, denn die Katze war direkt hinter ihr. Die Katze bedachte in ihrem Jagdeifer nicht, dass sie nicht in den Schlag durfte, und lief ihr nach. Der Hausherr, der die Katze im Schlag sah, ergriff einen Knüppel und ließ ihn auf der Katze tanzen. Die Katze schrie, das Mäusekinn sprang auf den Taubenrücken, die Taube klatschte mit den Flügeln und flog aus dem Schlag. Die Katze aber, um den Prügeln zu entgehen und das Mäusekinn doch noch zu fangen, sprang hinter der Taube her, konnte aber ohne Flügel nicht fliegen und fiel durch die Luft auf die Erde, fünf Stockwerke tief, wo sie tot liegen blieb. Das Mäusekinn Wackelohr aber wurde von der Taube sanft auf das Dach des anderen Hauses getragen, fand ihren Mäuserich, heiratete ihn, und sie bekamen so viele Kinder, dass die beiden nie wieder allein waren. Das waren die schönsten Geschichten aus der Murkelei. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut!